Einstellungsmerkmale und hatten ein eindeutiges Profil. Wir standen für die Idee einer anderen Politik für das 21. Jahrhundert, einer Politik für das digitale Zeitalter, für eine Politik, die ändern wollte. Unser Slogan war Politik 2.0 oder das System braucht ein Update oder Klarmachen zum Ändern, hier unten steht es noch. Wir waren Ideengeber in der Politik. Stichworte waren ACTA, GEMA, Transparenz in der Politik, Grundeinkommen, Vorratsdatenspeicherung, Netzneutralität und anderes. All diese Themen sind in die politische Diskussion eingezogen, nachdem wir uns sehr dafür eingesetzt und engagiert haben. Die Grundrechte werden heutzutage scheibchenweise eingeschränkt. Wir merken es kaum. Ungefähr 5000 Gesetzesänderungen hat es allein im innenpolitischen Bereich gegeben in den letzten zehn Jahren. Wir werden mit alternativlosem Geschwätz in die Irre geführt. Und da wären Änderungen wirklich gefragt gewesen. Visionen wären gefragt gewesen. Und dann? Dann haben wir uns verführen lassen. Wir sind Teil des Reparaturbetriebes geworden. Viele wissen, dass dieses System nicht mehr reparierbar ist, dass es einen Neuanfang bedarf. Nur die, die es wissen, sind nicht an der Macht. Wir leben unter neofreudalen Bedingungen. Wer das Geld hat, bestimmt die Politik. Und wir waren angetreten, das zu ändern. Dann haben wir uns verführen lassen, ein Gesamtprogramm zu entwickeln. Hauptsächlich durch die presseveröffentlichte Meinung, die fragte, wofür steht ihr? Was sagt ihr hierzu? Was sagt ihr dazu? Und anstelle zu antworten, damit beschäftigen wir uns, wenn die soziale Frage in Deutschland gelöst ist, oder wenn alle freien Zugang zur Bildung haben, oder wenn die Grundrechte im digitalen Zeitalter eingehalten werden, haben wir angefangen zu beschließen, ob wir eine A20 wollen, oder wie es mit dem Tierschutz ist, oder, oder, oder. Hunderte von Einzelfragen haben wir beantwortet. Wir wurden zum Ideenkopierer. Ideenkopierer war nicht die richtige Botschaft. Nicht wir kopieren die Ideen, sondern die anderen. Ich sage nur wieder, Transparenz, ACTA, GEMA, Urheberrecht, Vorratsdatenspeicherung. Und dann haben wir das auch noch zu unserem Slogan gemacht. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Wir haben dabei unser Alleinstellungsmerkmal verloren. Versteht mich bitte nicht falsch, ich stand hinter der Kampagne, aber im Rückblick war sie ein Fehler. Wir wurden ein Stück weit das, was die veröffentlichte Meinung von uns wollte. So zu sein wie die anderen. Ein Wahlprogramm haben wir beschlossen. Die Inhalte waren ähnlich den anderen Parteien. Gleiche Themen, vergleichbare Antworten. Die Unterschiede konnten wir nicht deutlich machen. Unsere Inhalte wurden nicht transportiert. Warum also sollte man uns wählen? Alles war irgendwie auch bei anderen Parteien zu finden. Dann doch gleich die wählen, die das wichtigste Thema optimal zu vertreten scheinen. Bisherige Enttäuschte, die Nichtwähler, hatten keinen Grund, uns zu wählen. Wir waren den anderen Parteien zu ähnlich geworden. Das Ergebnis haben wir jetzt 2,1%. Wir haben nicht mehr klargemacht zum Ändern. Irgendwann lässt sich ein System nicht mehr reparieren. Es braucht etwas ganz Neues. Darauf warten schätzungsweise bis zu 15% der Bevölkerung. Das ist unser Potenzial. 75.000 Menschen, die uns weiterhin vertrauen und uns zutrauen, eine andere Politik in Gang zu setzen. Diesen sollten wir uns verpflichtet fühlen. Lasst uns eine außerparlamentarische Fraktionsarbeit beginnen und die neue Regierung in Niedersachsen konstruktiv und piratig begleiten. Lasst uns ein Update machen und wieder Visionen entwickeln, wie Politik und Gesellschaft anders aussehen könnte. Politik 2,1. Gesellschaft im digitalen 21. Jahrhundert. Lasst uns ein eindeutiges Profil zurückgewinnen. Wie soll Sachpolitik gemacht werden, wenn vorher alles festgeschrieben ist? Argumente austauschen ist dann nicht mehr. Wir brauchen kein Vollprogramm. Wir brauchen Grundsätze, mit denen wir Sachpolitik machen können. Wir brauchen die Grundrechte als Grundsatzprogramm. Wir brauchen Verantwortung der Gesellschaft für den Einzelnen, also Einkommen für alle. Wir brauchen Netzneutralität, Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen und als Voraussetzung dafür freien Zugang zur Bildung. Alles andere lässt sich meines Erachtens daraus entwickeln. Lasst uns neu starten. Lasst uns klar machen zum Ändern. Ahoi! Liebe Piraten, wir sind ein ziemlich großer Landesverband mit knapp 3.000 Mitgliedern. Und wenn man 3.000 Mitglieder hat, dann gibt es erfreuliche Ereignisse, dass Kinder geboren werden, Ehen geschlossen werden. Aber es gibt auch traurige Ereignisse. Und ich möchte euch bitten, euch eben zu erheben. Wir müssen uns von drei Piraten verabschieden, die leider im letzten Jahr verstorben sind. Dazu kommt ein Pirat, der leider nicht in unserem Landesverband tätig war, aber von dem, glaube ich, alle gehört haben. Ich meine Fra-Pirat. Ich denke, jeder hat es mitbekommen und ich möchte euch bitten, allen zu gedenken. Dankeschön. Wir kommen jetzt zur Organisation der Versammlung. Als erstes die Abstimmung, ob wir Gäste und Presse zulassen wollen. Wer ist dafür, dass wir offen sind für Gäste und Presse? Wer möchte bitte seinen Stimmzettel heben? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Fürs Protokoll bei einer Gegenstimme und keiner Enthaltung angenommen. So, wir kommen jetzt zu etwas, was normalerweise nicht auf der Tagesordnung ist. Sandra ist im vorletzten Jahr zu uns gekommen. Ich weiß noch, wie sie das erste Mal bei uns in dem Host bei der AG Wahlkampf saß. Ich glaube, keiner kann sich vorstellen, wie der Wahlkampf gelaufen wäre ohne Sandra und ihr Reisebüro. Danke, Sandra. Danke, Sandra. Und Sandra wäre ja nicht komplett, wenn die andere Sandra nicht da wäre, die Susanne nämlich. Susanne, kommst du bitte mal nach vorne. Es gab Tage im Wahlkampf, da habe ich mehr mit Susanne gesprochen als mit meiner Frau. Es gab einen Tag im Wahlkampf, da hat Susanne mich dermaßen am Handy zusammengeschissen, dass meine Kollegen im kompletten Büro das gehört haben. Aber unsere Pressearbeit wäre lange nicht das, was sie heute ist, wenn wir Susanne nicht hätten. Susanne, Dankeschön. Als nächstes darf ich Jessica nach oben bitten. Wo ist sie? Ja, auf geht's. Ja, ich möchte mich bei dir bedanken. Du bist ja Vorstandskollegin und hast dich um so viele wichtige Dinge, die mit Ereignissen und Events zu tun gehabt haben und auch mit persönlichen Fragen, die du einfach ganz hervorragend und mit viel Herz und mit viel Intelligenz bearbeitet und erledigt hast. Ich danke dir persönlich ganz, ganz herzlich dafür und ich glaube, wir alle sollten ihr danken, dass sie sich so engagiert hat. Ja, ich bin ganz glücklich, dass Felicitas nun doch schon da ist. Darf ich dich bitte auch auf die Bühne bitten? Felicitas ist jemand, der, glaube ich, nur den internen Mailinglisten wirklich bekannt ist, die aber unermüdlich mit Unterstützung von anderen weit, weit, weit über 100 Wahlprüfsteine bearbeitet hat, immer wieder Recherchen durchgeführt hat, immer freundlich Zeit für einen hatte, wenn man so als Kandidat irgendeine Frage hatte, irgendein Problem hatte. Es war einfach wundervoll, mit dir zusammenzuarbeiten und ich bin sehr, sehr traurig, dass ich das jetzt die nächsten fünf Jahre nicht in der Form weitermachen kann. Aber wir finden vielleicht eine Form, gemeinsam weiterzumachen. Vielen Dank, Felicitas. Und dann haben wir noch so eine fleißige Biene im Hintergrund, die Christel vom Mitgliederverwaltungsteam. Christel, kommst du auch bitte mal nach vorne. Immer ansprechbar, schickt mir jeden Tag eine E-Mail, das kann sonst hier keiner von euch behaupten. Okay, es ist nur der Rundbrief vom Landtag, aber trotzdem, es ist auch immer ein aufmunternder Spruch dabei. Christel, vielen Dank für deine Arbeit. Ja, ich habe die dankbare Aufgabe, jetzt auch noch ein Dankeschön zu sagen für zwei Personen, die leider noch nicht da sind. Aber machen wir das mal anders. Ich hole mal jemanden auf die Bühne, der anwesend ist, auch Pressearbeit, ganz fleißig mitgearbeitet hat, viele Dinge im Hintergrund organisiert hat. Ilva, würdest du bitte auch nach vorne kommen? Weil wir möchten uns auch bei dir bedanken. Ich brauche glaube ich dir auch nicht alles aufzuzählen, was du gemacht hast, hat glaube ich fast jeder mitbekommen. Ja, ich weiß nicht, ich hatte mich jetzt darauf gefreut, dass Katharina schon da ist. Leider hat sie eine kleine Autopanne und ist immer noch unterwegs. Allerdings, also insofern, jetzt symbolisch quasi erstmal der Blumenstrauß sicherlich gerne nochmal komplett überreicht, weil sie hat im Wahlkampf gerockt, sie hat vieles gemacht, sie ist ständig unterwegs gewesen, ist in der Presse gewesen. Ich weiß gar nicht, wo sie bei permanent gewesen ist. Von Gependelt Berlin, Deutschland, Niedersachsen, also wirklich eine hervorragende Leistung. Und sie hat auch, ich glaube sie hat uns sehr, sehr würdig vertreten, hat unsere Kernthemen auch mit gut vertreten. Das ist ein riesiges Dankeschön. Trotzdem der Blumenstrauß nachher. Und ganz zum Abschluss eine Piratin, die heute leider nicht erscheinen kann, bewusst Piratin gesagt. Tina Hasler, die im Hintergrund auch immer vieles gemacht hat, was keiner mitbekommen hat. Und im Grunde und im Ganzen gehört sie zu dem Kernbereich oder Kernteam, die im vergangenen Jahr ganz massiv gegen ACTA gearbeitet haben. Sie war Bestandteil der Orga, Hauptbestandteil mit der Orga, ist nirgends wirklich großartig aufgetaucht. Und an dieser Stelle auch da und auch für ihre Arbeit auch in Sonstigen ein riesen Dankeschön. Jürgen, könntest du stellvertretend den Blumenstrauß für Sie übernehmen? Ja. Ja, weil ich weiß, ihr habt da einen gewissen Draht zueinander, also insofern ist das sicherlich angebracht, dass du dann auch den symbolisch mit übernimmst. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Kine und wenn die Kine hier wäre, dann würde ich jetzt folgendes sagen. Leute, wir haben ACTA gerockt und wir haben ACTA gewonnen, aber damit ist die Sache nicht vorbei. Wir haben jetzt ganz wichtig, den International Day of Privacy am 23. Februar bringt Aktionen auf die Straße, tut was. Das scheiß ACTA kommt zurück, wir müssen weiter kämpfen. So, liebe Leute, also wer jetzt nochmal behauptet, wir hätten keine starken Frauen in der Partei. So, dann bin ich jetzt schon mal im vorletzten Punkt. Abstimmung zum Vorgehen bei optischen und akustischen Aufnahmen. Wer dafür ist, dass optische und akustische Ausnahmen außerhalb der Wahlgänge zulässig sind, den bitte ich um Zeichen. So Sven, du darfst jetzt dagegen stimmen. Also gegen stimmen. Enthaltung. Ah, fürs Protokoll einer Enthaltung. So, und dann kommen wir zur Wahl des Versammlungsleiters. Vorgeschlagen ist hier ein unbekannter Newcomer in der Piratenpartei, den noch niemand jemals gesehen hat. Michael Nolte heißt der, glaube ich. Wo ist er? Unauffällig zurückhaltend, wie wir ihn kennen. Ich habe bitte weitere Vorschläge für die Versammlungsleitung. Clemens? Jürgen? Wärst du bereit? Also ich fände das ehrlich gesagt ganz schön, wenn wir das wieder im Team machen könnten. Das hat sich bewährt, dass Mike nicht die ganze Zeit den allein tun. Ach, scheiße, nee. Und ich höre gerade, Tina Otten ist hier, die sich auch zur Verfügung stellen würde als stellvertretende Versammlungsleiterin. Dann hätten wir ein schönes Team. Wo ist Tina? Da. Kann ich wieder gehen, oder? Nee, nee, bleib doch mal hier. So schnell kommst du mir hier nicht weg. Also ich wollte nur sagen, ich habe mich mit Maik vorher kurz geschlossen und Maik macht das gut. Ich brauche hier nicht vorne sitzen. Es bedarf, dass Maik sich vorstellt. Ja, okay, dann Maik. Niedersachsen, guten Morgen. Guten Morgen. Zum fünften Mal bin ich heute in Niedersachsen. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Maik Nolte aus Köln. Ich hatte schon viermal das Vergnügen, dreimal bei Landesparteitagen und Aufstellungsversammlungen und vor ein paar Wochen bei der Wahlparty in Hannover an der Parteitagsleitung oder der Moderation teilzunehmen. Es ist mir immer wieder eine Freude, hierher zurückzukehren. Und genauso habe ich mich auch darüber gefreut, als man mich eingeladen hat, mich heute hier zur Verfügung zu stellen. Obwohl ich anmerken möchte, heute ist Karnevalssamstag und ich finde es ganz schön mutig, von dem Landesverband in Kölnchen Karnevalisten an Karneval zum Versammlungsleiter machen zu wollen. Danke, das war richtig. Nein, wir werden, also sofern ihr mich wählt, was mich sehr freuen würde, werden wir natürlich mit der üblichen Seriöslichkeit und den zwischendurch obligatorisch eingeworfenen Späßchen die Versammlung zu leiten wissen. Und wenn ihr mich wählt, hätte ich auch schon den ersten Vorschlag für euch, nämlich, dass ihr danach auch die aus Sachsen-Anhalt angereiste Landesvorsitzende der Piratenpartei Sachsen-Anhalt, die Tina Otten, zu meiner Stellvertreterin macht. Neulich, als ich euch in Sachsen mit dem dortigen Landesverband fremdgegangen bin, war die Tina so freundlich, mir ebenfalls als stellvertretende Versammlungsleiterin zur Verfügung zu stehen. Und das war hervorragend, es war eine gute Arbeit. Nochmal danke dafür. Und liebe Niedersachsen, damit komme ich zum Schluss. Ich bitte um eure Stimme. Andererseits gibt es auch nicht so viele Gegenkandidaten. Ja, dann würde ich sagen, dass die Kollegin Tina dann vielleicht auch noch ein paar Worte sagt und dann stimmen wir darüber ab. Hallo Niedersachsen. Maik hat mich ja gerade soweit schon vorgestellt. Ja, eine Aufstellungsversammlung in Sachsen habe ich schon mal mitgemacht und würde mich freuen, wenn ich heute auch zweite Versammlungsleitung machen darf. Dann frage ich mal, wolle er mal Serei lassen? Gegenstimmen? Enthaltung? Dann würde ich sagen, das nahe Kabinett ist einstimmig bestätigt und übergebe jetzt die Versammlungsleitung am Maik, Leute. Danke, geh von meiner Bühne runter. Oh, das können wir an der Gelegenheit direkt aufklären. Genau diesen Satz habe ich auch zu dem Techniker bei der Wahlparty gesagt. Das haben mir zwei, drei Piraten hinterher übel genommen. Wie kannst du so mit dem reden? Kein Problem, das war vorher mit dem abgesprochen. Das war nur für Show. Also keine Panik deswegen. Das jetzt gerade, das war nicht abgesprochen. Aber der hat mich ja auch in Zelle mit einem Papierkügelchen beworfen. Ja, so. Das weiß ich noch nicht. Gar nicht, ihr dürft mich nicht bewerfen. So, jetzt haben wir die Tagesordnung erstellt. Der Vorteil ist, man kann dann sagen, ich hätte den Kandidaten lieber als den anderen Kandidaten. Der Nachteil ist, es ist halt deutlich aufwendiger zum Auswerten. Sind da noch Fragen dazu? Ja? Arne, warte mal kurz. Tu uns mal bitte einen Gefallen, nimm das Saalmikro, damit dich alle gut hören können und eventuell auch der Stream. Danke, Arne. Okay. Die Frage ist, was macht das für einen Sinn? Warum sollten wir das tun, wenn wir sowieso nur wenig Plätze zu besetzen haben, wie einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter, einen Kassenschweig oder so? Was für Vorteile bietet dieses Verfahren da? Also, wenn jetzt die Frage an mich geht, kann und will ich die nicht beantworten. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Okay, gibt es noch weitere Redenbedarf? Das ist nicht der Fall. Gibt es jetzt noch irgendjemanden, der annimmt, nicht im Klaren darüber zu sein, wie das vorgeschlagene Wahlverfahren aussieht? Okay, das heißt, wir haben jetzt, wenn ich das richtig verstehe, zwei Wahlverfahren zur Auswahl. Einmal das Originale, das im Wiki steht und einmal den Vorschlag vom Phil Wendland, richtig? Ja, also in der Tagesordnung steht schon eine drin und die vom Phil Wendland steht auch im Wiki drin als Änderungsvorschlag. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir entscheiden erstmal, ob ihr über die abstimmen wollt, die ursprünglich drin stand oder ob ihr lieber über die Änderungen vom Phil Wendland abstimmen wollt und je nachdem, welche dabei rauskommt, werden wir dann darüber abstimmen und die beschließen. Alles klar, soweit? Gut, machen wir. Dann, wer ist für die, die ursprünglich im Wiki stand für die Wahlordnung? Danke. Gegenprobe. Wer ist für die Änderungen vom Phil Wendland? Danke. Dann stimmen wir kurz über die ursprüngliche ab. Wer ist dafür, die anzunehmen? Danke. Wer ist dagegen? Danke, damit ist sie angenommen. So, gibt es noch etwas, was hat der Landesvorsitzende leider vergessen? Nämlich einen Protokollanten wählen zu lassen. Das möchte ich schnell nachholen. Niedersachsen ist ja bekannt dafür, dass protokollanten, epische Protokollanten, so zahlreich sind, dass die es sich leisten können, den Draflo im Publikum sitzen zu lassen. Ja, ihr habt noch einen zweiten epischen Protokollanten. Und schüttel nicht den Kopf, ich habe dich gerade dazu bestimmt. So, den haben wir gerade vorgeschlagen. Ich vergesse nur immer deinen Namen, das ist mir jetzt echt peinlich. Sag mal. Komm, lass mich nicht in die Luft hängen. Der Tobias würde sich melden als Protokollant. Sekunde, gibt es da noch andere Vorschläge? Keine weiteren Vorschläge, dann stimmen wir uns kurz ab. Besser für den Tobias zum Protokollanten zu machen. Danke, wer ist dagegen? Hallo, du hast schon dafür gestimmt. Protokollant Tobias ist einstimmig. Danke. Jetzt habe ich da eine Wortmeldung. Ja, da kannst du mal kurz einen Augenblick warten, bitte. Ich muss nämlich noch einen Wahlleiter wählen lassen und ich werde deinen GO-Antrag gerne anschließend behandeln. Oder bezieht der sich da drauf? Komm mal hoch. Erzähl das mal der Tina. In der Zwischenzeit befasse ich mich mit dem Wahlleiter. Das machen wir übrigens bei GO-Anträgen, um die Veranstaltung flüssig zu halten, öfter so, dass die stellvertretende Versammlungsleiterin die GO-Anträge entgegennimmt. Und dazu begebt ihr euch am besten nach vorne, redet mit der und danach werden wir diese GO-Anträge unverzüglich behandeln. Es ist ja leider manchmal so, dass die GO-Anträge in der Form nicht so ganz korrekt sind. Das korrigieren wir dann, damit die behandelbar sind, ohne dass die Versammlung aufgehalten wird. Das machen wir vorne beim Veranstaltungssekretariat üblicherweise. Dann geht die Veranstaltung flüssig weiter. Jetzt hätte ich gerne mal eine Kandidatenbenennung für den Wahlleiter. Ich glaube, der Nutella-Berliner ist da vorgeschlagen worden. Stehen Sie mal auf. Junge Frau. Was ist denn daran so lustig? Was ist lustig an dem Namen meines guten Freundes Nutella-Berliner? Okay, gibt es andere Vorschläge für den Wahlleiter? Okay, dann stimmen wir das kurz ab. Wer ist dafür, den Nutella-Berliner zum Wahlleiter zu machen? Danke. Wer ist dagegen? Das ist einstimmig. Vielen Dank. Ja, es darf applaudiert werden. Der Nutella-Berliner, der ist so bekannt, den haben wir gar nicht erlaubt, sich vorzustellen. Möchtest du das noch kurz nachholen? Bitte, du hast das Wort. Es geht eigentlich nicht um eine Vorstellung. Ich hätte gerne einen stellvertretenden Wahlleiter, dem ihr vielleicht auch noch zustimmen möchtet. Und da hat sich der freundliche Herr Jan Leutert, der mal bitte aufstehen möge, bereit erklärt, das zu tun. Okay, der unfreundliche Herr Jan Leutert, den ich hin und wieder rausschmeiße aus Versammlungen, hat jemand was dagegen, den Herrn Jan Leutert zum Stellvertretenden zum Wahlleiter zu machen? Junger Mann, ich leite hier die Versammlung. Jan, es würde mich sehr freuen, wenn du dir das stellvertretende Wahlleiter zur Verfügung stellst. Deswegen bitte ich die Versammlung, darüber abzustimmen. Wer ist dafür? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Ehrlich? Na gut. Mit einer Gegenstimme, fast einstimmig gewählt. Ich zeige dir nachher, wer dagegen war. Ich habe mir den gemerkt. Entschuldigung. Ja, ich komme aus Köln und es ist Karneval. Ihr werdet es mir nachsehen müssen. Ich soll das nicht immer erwähnen, dass Karneval ist. Warum soll ich nicht erwähnen, dass Karneval ist? So, jetzt haben wir langsam, glaube ich, alle Ämter gewählt. Gibt es noch jemand ohne Pöstchen? Entschuldigung. Berichte haben wir als nächstes auf der Tagesordnung. 1.1.5. Tagesordnungspunkt 1.1.5. Berichte. Soll um 11.45 Uhr dran sein. Könnte ich jetzt 41 Minuten Pause machen, oder eine Büttenrede halten. Nein, ich hatte ja, während der Andreas auf die Bühne kommt, noch eine kleine Randbemerkung. Ich hatte ja vor, die GO ändern zu lassen, dass GO-Anträge nicht mehr durch Heben bei der Arme, sondern durch Schunkeln einer kompletten Sitzreihe angezeigt werden. Aber das ist leider nicht so. Andreas, du hast das Wort, um deinen Bericht abzugeben. Okay. Wir haben uns vorher im Vorstand abgestimmt. Das wird jetzt nicht jedes Mitglied einen einzelnen Tätigkeitsbericht ablegen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das gewisse Längen haben könnte und da eigentlich keiner so richtig Bock drauf hat. Andreas, warte mal kurz. Achim, kleinen Hinweis. Das Redner-Mikrofon höre ich ziemlich schwach auf den Monitoren. Ich weiß nicht, ob das so muss, nur so als Hinweis für dich. Andreas, bitte entschuldige die Unterbrechung. Du hast erneut das Wort. Mike, danke. Danke. Nichtsdestotrotz haben wir uns aber dieses Mal entschlossen, aus Gründen einen Tätigkeitsbericht der Mitgliederverwaltung zu erbitten, den der Jason nach mir halten wird. Und danach wird Meinhard den Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters abhalten. Rechenschaftsbericht. Themen der abgelaufenen Legislatur. Strukturen. Vor meiner Kandidatur für das Amt des ersten Vorsitzenden des Landesverbands Niedersachsen, habe ich mir mit einigen anderen Piraten im Land Gedanken über die Zukunft des Landesverbandes gemacht. Uns war sehr schnell klar, dass, wenn wir langfristig erfolgreich sein wollen, wir stabile Strukturen im Landesverband brauchen. Dazu gehörten für uns mehr und starke Kreisverbände, aus dem Vorstand ausgelagerte Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Pressearbeit, die Mitgliederverwaltung oder allgemein die Vernetzung und eine funktionierende Kommunikationsstruktur im Landesverband. Was haben wir also getan? Als erste Entscheidung unserer Amtszeit haben wir die Pressearbeit aus dem Vorstand ausgelagert und das Presseteam initiiert. Und ohne zu übertreiben oder auf den vorherigen Pressesprechern herumzuhacken, die Pressearbeit im Landesverband ist heute professionell aufgestellt, gut organisiert und selbst den stärksten Anforderungen immer gewachsen. Wir haben das Vorstandssekretariat initiiert, in das wir zahlreiche Aufgaben des Vorstands delegiert haben. Dadurch, dass die Tätigkeiten im Sekretariat über Beauftragungen zugewiesen sind, haben wir hier erstmals eine Unabhängigkeit von der Amtszeit des jeweiligen Vorstands. Im Rahmen der Aufstellungsversammlungen und der Vorbereitung der Landtagswahl wurden in weiten Teilen des Landes Kreis- und Regionsverbände gegründet, die heute zum überwiegenden Teil sehr gute Arbeit leisten. Auch konnten einige Kreisverbände wiederbelebt werden, wie zum Beispiel der Kreisverband Stade. Um die Kommunikation im Rahmen des Landesverbands zu verbessern und die Qualität der Prozesse zu heben, haben wir konsequent das Ticketsystem benutzt und vorangetrieben. Auch dieses hat zu einer größeren Transparenz in den Entscheidungen und einer höheren Qualität der Prozesse beigetragen. Zur Mitgliederverwaltung gibt es im Anschluss einen eigenen Rechenschaftsbericht. Es sei hier nur erwähnt, dass wir auch hier gerne noch einiges geändert hätten, da aber aufgrund der diversen Rechtsstreitigkeiten und des Wahlkampfs leider keine Ressourcen für frei hatten. Durch die Einführung der monatlichen Niedersachsen-Marina konnte die Kommunikation der Verbände untereinander verbessert werden. Und gerade in der Endphase des Wahlkampfs wurde sich hier viel gegenseitig geholfen. Auch die quartalsweisen Re-Life-Treffen des LAFO waren eine sehr erfolgreiche Veranstaltungsreihe. Diese führte uns durch das Land und machte die Arbeit anfassbar. Gerne würde ich es sehen, wenn der nächste Vorstand diese Dinge fortführen würde. Kommen wir zur Landtagswahl. Eine der Hauptaufgaben des aktuellen Landesvorstands war sicherlich die Vorbereitung der Landtagswahlen in diesem Jahr. Hier hatten wir die Aufgabe, die ordnungsgemäße Durchführung der Aufstellungsversammlung, der Wahlameldung und der restlichen Formalien sicherzustellen. Wir haben uns sicherlich zum Vorwurf zu machen, dass wir die Aufstellungsversammlung in Nienburg zu naiv angegangen sind. Allerdings haben wir uns vorher in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein informiert, wie dort die Aufstellungsversammlungen abgehalten worden sind und uns weitgehend an diese Vorgaben gehalten. Nie hätten wir allerdings für möglich gehalten, mit welcher Verbissenheit sich hier einzelne Ex-Mitglieder darin verbeißen, möglichst viele Fehler am Handeln zu finden und diese natürlich in breitester Öffentlichkeit und vor allen Instanzen auszunutzen. Letztlich haben wir alle diese Verfahren gewonnen, auch wenn leider aus bekannten Gründen die AV in Nienburg keinen Bestand haben konnte. Noch in 2011 hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass wir uns im Landesvorstand über Wochen und Monate hinweg nur noch mit Gesetzen und juristischen Schriftsätzen auseinandersetzen müssen. Hier auch ein Dank an das Landesschiedsgericht und das Bundesschiedsgericht, die immer bemüht waren, zügig die vielen Verfahren zu begleiten. Und mein ganz besonderer Dank geht hier an Thomas Gaul, der es immer wieder geschafft hat, die nötigen Schritte einzuleiten. Danke Thomas. Auch mussten wir schwierige Entscheidungen treffen, so zum Beispiel die Suspendierung einer Kandidatur. Dieses ist uns nicht leicht gefallen, aber jeder für sich möge sich jetzt hier überlegen, was geschehen wäre, hätten wir hier nicht gehandelt. Am Ende haben wir es geschafft, eine Landesliste für die Wahl aufzustellen. Diese durch den Landeswahlausschuss zu bringen, auch wenn die Landeswahlleiterin hier durch ein unbedachtes Interview kurz vor dem entscheidenden Termin noch einmal für reichlich Verwirrung gesorgt hat. Und über 10.000 Unterstützungsunterschriften für die Landeslisten und die Direktkandidaten zu sammeln. Dieses ist ein Erfolg der gesamten Landespartei. Und hier möchte ich noch einmal an den denkwürdigen Samstag in Stade erinnern, als man in der gesamten Innenstadt nur noch mit Klemmbrettern bewaffnete Piraten sah, die, angetrieben vom Kungler, hier über 180 Unterschriften an einem Vormittag gesammelt haben. Aus mehreren Gründen, die wir teils selber zu vertreten haben, teils einer Piratenpartei als Ganzes und teils einer politischen Großwetterlage gelegen haben, haben wir die Landtagswahl nicht erfolgreich bestreiten können. Das ist so und da gibt es nichts zu beschönigen. Hierfür übernimmt der Vorstand seinen Teil der Verantwortung. So wie wir uns alle fragen sollten, was wir richtig und was wir falsch gemacht haben. Aber genauso wie wir den Einzug in den Landtag alle gemeinsam geschafft hätten, genauso haben wir den Nicht-Einzug gemeinsam zu verantworten. Wir haben die schon begonnen, Analysen jetzt fortzusetzen und uns auf die nächste Landtagswahl vorzubereiten, die vielleicht schon früher kommt, als wir uns alle heute vorstellen können. Und auch dieses gehörte zu unseren Aufgaben. Leider hat die Welle der Neueintritte zwischen dem Herbst 2011 und dem Frühjahr 2012 nicht nur so wunderbare Piraten, wie wir zum Beispiel vorhin auf der Bühne gesehen haben, in die Partei gebracht, sondern auch Mitglieder, die anscheinend nicht an produktiver Arbeit interessiert waren. Hier wurde schon sehr früh im Jahr eine Front aufgebaut, die durch unhaltbare Unterstellungen und kontraproduktive Tätigkeiten offensichtlich darauf aus war, die Arbeit der Piraten zu stören. Dem hatten wir uns zu stellen und am Ende waren diese Leute nicht erfolgreich. Auch das ist ein Erfolg des gesamten Landesverbandes, dass wir es nicht zugelassen haben, dass hier unsere Arbeit im Misskredit gebracht wird. Unsere über 60 Abgeordneten in den kommunalen Vertretungen leisten eine hervorragende Arbeit und die Erfolge sind überall sichtbar. Seien es gestreamte Ratssitzungen hier oder Informationsfreiheitssatzungen dort, Piraten wirken. Leider kann ich hier jetzt keine MDL aufführen, aber ich bin mir sicher, dass wir beim nächsten Landesparteitag hier einige MDB begrüßen dürfen. Insgesamt war die Arbeit im Landesverstand von einem sehr vertrauensvollen Miteinander geprägt. Es gab nicht einen Moment in der Amtszeit, an dem es so etwas wie Streit oder Missstimmung gab. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und würde mir tatsächlich sehr wünschen, in dieser Konstellation vielleicht um ein bis zwei Vorstandsmitglieder erweitert weitermachen zu können. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, Entschuldigung. Danke, Achim. Die Monitore sind jetzt viel besser. Schönen Dank an die Technik. Insgesamt Lob an die Orga. Seit heute Morgen, seit ich hier angekommen bin, ist alles bestens gelaufen. Vielen Dank. Wir haben noch einige Sachen. Ja, ihr dürft ruhig mal für die Orga applaudieren. Ja, komm. Und guckt dabei in die Richtung, da sitzen sie nämlich. Guckt mal da. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch zwei Sachen, die wir eben aus technischen Gründen noch mal kurz beiseite stellen mussten, nämlich die ebenfalls noch in der Vorlage zur Tagesordnung stehen, nämlich erstens die Beschlussfassung zur Teilnahme an der Bundestagswahl und zweitens die Festlegung der Tagesordnung und letztere deswegen danach, weil da noch Änderungen vorbereitet wurden. Deswegen kommen wir jetzt erst mal zur Beschlussfassung zur Teilnahme an der Bundestagswahl. Gibt es da irgendjemanden, der dazu eine Rede vorbereitet hat oder einen Vortrag oder wie auch immer? Steht in meiner vorläufigen TO irgendjemand muss das da reingeschrieben haben? Also ich weiß ja, wie das Ding zustande gekommen ist. Okay, du hast den Job. Auch wenn es nicht von mir ist, der Kollege Matthias Hagenbäumer, der leider aus einem traurigen Grund heute nicht hier sein kann, hat diesen Antrag eingebracht. Hintergrund ist, dass er gerne hätte, dass der Landesverband sich dafür ausspricht, dass wir an der Bundestagswahl teilnehmen, damit hinterher keiner sagen kann, ich habe es euch ja gleich gesagt. So, das ist eigentlich der Hintergrund. Es ist nicht meins, aber er hat den Antrag gestellt und dann sollten wir ihn auch behandeln. Dankeschön. Gibt es dazu Fragen oder Redebedarf? Ja, sehr gut. Also falls jemand Redebedarf hat, bitte begebt euch schon mal in Richtung des Saalmikrofons, was da hinten in der Mitte steht. Also von mir gibt es dazu einen wahrscheinlich Wortleuchtenantrag. Aber wir brauchen ja nicht beide zu behandeln. Also wollte ich nur eben darauf hinweisen, einer von beiden, nicht beide. Wenn du einen konkurrierenden Antrag hast, steht es dir frei, den vorzutragen oder ihn zurückzuziehen? Was ist dir lieber? Ich ziehe meinen Antrag zurück. Okay, muss ich pro forma fragen, möchte den jemand übernehmen? Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir haben nur einen Antrag zu behandeln. Soweit ich das sehe, geht es darum, möchte die Piratenpartei Niedersachsen an der Bundestagswahl. Teilnehmen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja. Da können wir auch flugs drüber abstimmen, beziehungsweise an der Stelle kleine Übung. Ich kann auch fragen, ist irgendjemand dagegen? Wenn niemand dagegen ist, ist das schon beschlossen. So, ist jemand dagegen? Wir stimmen das dann ab. Wer ist dafür? Danke. Wer ist dagegen? Mit einer Stimme angenommen. Die Piratenpartei Niedersachsen wird sich an der Bundestagswahl beteiligen. Bevor wir die Tagesordnung beschließen, gibt es da noch etwas, was bei den von mir geleiteten Landesparteitagen... Die Herrschaften aus Osnabrück müssen jetzt mal aufpassen. Hallo. Es gibt da eine kleine Tradition bei uns auf den Parteitagen in Niedersachsen, nämlich, dass wir erklären, wie die Mikrofone bedient werden. Dazu darf ich mal den Stefan Heinecke auf die Bühne bitten. Denn der ist derjenige, dem es gebührt, das zu machen. Nee, nee, komm hier oben hoch. Du hast da oben auch ein echtes. Ja. So, Stefan Heinecke, Applaus. Der wird uns jetzt mal zeigen, wie ein Mikrofon richtig bedient wird. Bitte schön. Wir machen das heute sehr kurz, weil wir ein lernender Schwarm sind und viele von euch wissen schon, wie das funktionieren sollte. Der Mike und die Leute, die heute ein bisschen an diesem Moderationsmikrofon sind, die haben es ein bisschen leichter, da muss man nicht ganz so nah dran. Aber Achim hat auch dieses Mikrofon heute sehr dankbar eingestellt. Aber wichtig ist, diese Dinger, die beißen nicht und ihr müsst da direkt reinsprechen. Wenn ihr die irgendwo anders hinhaltet, dann wird das plötzlich ganz, ganz leise. Und der Achim muss da hinten die Regler alle hin und her jonglieren. Das ist nicht lustig. Wenn ihr was zu sagen habt, was alle hören sollen, sprecht laut, deutlich, direkt ins Mikrofon und wir freuen uns alle. Danke schön. Ich bitte noch was zu hochlauten. Poplaute, Politiker, die hervorpreschen, vor allen Dingen an diesen Mikrofonen, wenn man da sehr deutlich reinpoppt. Das ist äußerst unangenehm. Vor allen Dingen für die Leute, die den Stream beobachten oder ähnliches. Also diese Mikrofone nicht ganz so nah dran und versucht vielleicht weiche P's zu sprechen. So, Plausch. Entschuldigung. Ich lerne das noch mit diesem Mikrofon hier. Dann nochmal den Tagesordnungspunkt zur Festlegung der Tagesordnung. Darunter der Unterpunkt Anträge zur Tagesordnung. Diejenigen, die Anträge zur Tagesordnung haben, mögen bitte vortreten, um diese vorstellen zu können. Ich sehe, da wird schon anscheinend eine eingeblendet. Übrigens an der Stelle nochmal ein extra Dank an die Technik. Man hat mir hier extra einen Monitor vor die Nase gestellt, auf dem das Gleiche dargestellt wird wie auf dem Beamer. So, dass ich mich nicht immer umdrehen muss. Das ist eine ganz tolle Einrichtung. Danke. So, ich dachte, ich könnte die Zeit überbrücken, bis der Jürgen oben ist. Komm in die Bütt. Ja, also es gibt zwei Anträge. Einer ist nicht von mir. Den suche ich gerade noch. Verdammt. Also, scroll mal bitte hoch. Erst den oberen. Ist der E. Beutschler aus Oldenburg da? Eberhard? Ja, wo bist denn du? Ah, da kommst du. Hallo. Du hast einen Antrag. Das ist nicht gedacht. Du hast das Wort. Moin. Moin. Ich habe den Antrag gestellt für eine Aussprache. Der Text steht da. Dass ich gerne vor der Wahl der Vorstandsämter eine inhaltliche Diskussion über die vergangene Landtagswahl führen möchte. Um daraus auch abzuleiten, welches Wahlverhalten ich dann habe für die erneute Kandidaturen des Landesvorstandes. Das war mein Antrag. Sehr schön. Gibt es dazu Gegenrede? Oder Diskussionsbedarf? Letzteres? Du hast ja Sorgen. Für eine Nachfrage. Eber, bleib mal hier oben. Da gibt es, glaube ich, eine Nachfrage zu. Aus, 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 an, 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 ja, an. Welchen Zeitbedarf hast du dir dafür vorgestellt? Ja, ich weiß ja nicht, ob da viele Fragen kommen. Also man müsste schon im Plenum genug Zeit dafür einräumen, dass man das auch ausführlich diskutieren kann. Also ich habe mir, ich habe mir die, hallo? Ich höre hier gar nicht, ob ich mich höre. Ja, ich habe mir die Zeitplanung angeschaut von dem Parteitag, die ist sehr, sehr eng. Und ich stelle mir die Frage, ob wir diese Fragen, die sich dazu auftreten, nicht ohnehin stellen können, wenn der Vorstand seinen Bericht vorstellt und man den alten Vorstand dazu befragen kann. Dann könnte man das da doch unterbringen. Da bräuchte man keinen extra Punkt. Ich weise den Fragesteller und die Versammlung darauf hin, dass die Vorstandsberichte eben zusammengefasst von dir oder von Andreas vorgetragen wurden und es nicht mehr zu weiteren Vorstandsberichten kommt, wenn ich das richtig verstanden habe. Kommt noch? Es kommen also nur noch Mitgliederverwaltungen und Schatzmeister. Okay, wenn das für deine Frage relevant ist, kannst du ruhig nochmal zum Mikrofon gehen. Eberhard, bitte, du kannst erwidern. Also ich habe an was anderes gedacht. Ich denke, dass das Plenum hier, dass dem ausreichend Gelegenheit gegeben werden sollte, auch Fragen und Antworten da reinzubringen, was bei einem Bericht ja nicht unbedingt gegeben ist, diese Wechselwirkung. Ich denke, es ist schon angemessen, hier die entsprechende Zeit einzuräumen. Bitte. Wäre es nicht auch eine Möglichkeit, ganz einfach, das zwischen den Erzählpausen vielleicht nochmal drüber zu diskutieren wäre? Ich sehe im Moment nicht, dass wir so viel Zeit dafür haben. Achim, ich sehe dich. Du kannst antworten, wenn du noch etwas sagen wolltest. Ich muss dazu ganz deutlich sagen, Zeit oder Zeitdruck kriegen wir keine Qualität. Das ist schon mal ganz klar. Okay, ich habe, bevor ich dem nächsten Redner am Saalmikrofon das Rederecht erteilen kann, habe ich einen GO-Antrag zu behandeln. Also ich wiederhole das nochmal für alle. Das ist ein Antrag auf Meinungsbild, ob das Auditorium diese Aussprache wünscht. Das könnt ihr jetzt mal eure Stimmkarte heben, um Ja anzuzeigen. Danke. Oder jetzt mal die Karte heben, wenn ihr Nein anzeigen wollt. Derjenige, der den Antrag auf Meinungsbild gestellt hat, konnte das Ergebnis sehen für den Stream. Es waren etwas mehr Karten oben für Nein. So, Feli, bitte, du hast das Wort. Eberhard, nicht weglaufen, die wollen alle was von dir wissen. Ja, Eberhard, grundsätzlich finde ich die Idee gut. Ich wollte nur kurz fragen, wie du dir das genau vorgestellt hast. Also einfach, dass der Vorstand sich vorne hinstellt und jeder kann dann eine Frage stellen an einen Mitglied des Vorstands. Oder wie hattest du dir die Form vorgestellt? Soll ich da direkt drauf anbauen? Kannst du mal direkt antworten? Ah, okay. Ja, vorgestellt hatte ich mir das so, dass das Plenum eine Möglichkeit kriegt, um da Stellung zuzunehmen. Das ist ja, wir können ja nicht davon ausgehen, dass der Wahlkampf so optimal gelaufen ist, dass man jetzt so weiter verfahren kann. Wenn ich jetzt also davon ausgehe, dass wir eine Bundestagswahl auch in Niedersachsen haben, dann, wenn ich dann sehe, dass das mit den gleichen Leuten ist, dann kann ich annehmen, dass wohl dazugelernt wird, aber es könnten auch neue Gedanken da auftauchen. Und das ist für mich nicht unwichtig. Okay, bevor ich dem Arne jetzt das Wort erteile, habe ich einen Geheorantrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es da Gegenrede? Der muss schriftlich eingereicht werden. Ich behandle den trotzdem. Es gibt keine Gegenrede. Ich nehme den als schriftlich gegeben zur Kenntnis, wenn der nachgereicht wird. Den behandle ich jetzt trotzdem schon mal vorab. Da es keine Gegenrede gibt, ist er angenommen. Die Redeliste ist hinterm Dirk geschlossen. Herr Arne hat das Wort. Ich habe mich mit dem Thema auch schon im Vorfeld beschäftigt, weil ich mir auch überlegt hatte, eine Aussprache wäre eine relativ gute Sache. Ich bin trotzdem dagegen. Das hat folgenden Grund. Ich bin der Ansicht, wir sollten unseren Blick weniger in die Vergangenheit, mehr in die Zukunft richten. Und ich befürchte, dass wenn wir jetzt eine ausführliche Aussprache haben, dass uns diese Zeit dann fehlt, wenn wir die Kandidaten befragen wollen. Für mich persönlich wäre es viel wichtiger, dass wir die ausführliche Gelegenheit haben, die neuen Kandidaten zu befragen. Scheinbar soll ich dann als nächstes reden. Erstmal, die Idee finde ich sehr gut. Jetzt bei den Redebeiträgen wurde öfter schon von Aussprache gesprochen. Du forderst oder dein Antrag behandelt oder möchte eine Diskussion herbeiführen. Kannst du dir vorstellen, explizit eine Aussprache mit einem fest definierten Zeitrahmen zu wünschen? Weil ich glaube, eine Diskussion mit dieser Menge an Teilnehmern ist weniger sinnvoll eine Aussprache. Das heißt eher ein Monolog, dass das Plenum sagt, was es sagen möchte. Und eventuell ist noch eine kurze Antwort darauf möglich. Fände ich erheblich sinnvoller. Ich glaube, Diskussionen kann man sehr viel besser in kleineren Runden führen als auf diesem Parteitag. Auch zeitsparender. Kannst du dir vorstellen, das explizit zu einer Aussprache mit Zeitbegrenzung zu machen? Also diesen Antrag habe ich gestellt, weil ich genau aus diesem Hinterzimmer raus wollte. Und deshalb hätte ich das ganz gerne im Plenum. Weil die Hinterzimmer, das ist ja das, was ich gelernt habe, die ich per se an sich ablehne. So, jetzt bevor hier Missverständnisse aufkommen. Der Jürgen hatte uns eben angezeigt, dass die Schließung der Rednerliste schriftlich eingereicht werden müsste. Das haben wir geprüft. Das war nicht der Fall. Ich bin froh, dass ich den vor der schriftlichen Einreichung trotzdem unverzüglich behandelt hatte. Somit ist kein Fehler entstanden. Wir haben GO-gemäß gehandelt. Für alle zukünftigen Antrag auf Schließung der Rednerliste muss nicht schriftlich gestellt werden. Im Zweifel, wenn ihr einen GO-Antrag stellt und ihr macht so, weil sich was gemeint ist, werde das für den Stream und das Publikum vortragen. Und dann geht das schneller. Vielen Dank. Bitte schön. Ich kann dir inhaltlich voll und ganz zustimmen. Ich möchte jedoch trotzdem eindringlich darum bitten, diese Aussprache nicht auf diesem Landesparteitag zu halten, sondern sich dafür andere Möglichkeiten zu suchen. Wir haben das zum Beispiel gemacht, wie man das jetzt nennt. Ist völlig egal, ob man das Barcamp nennt oder Weihnachtssing-Tank oder wie auch immer. Wir können uns auch neben den Landesparteitagen zusammensetzen in kleinen Gruppen, zu denen wir dann öffentlich einladen, wo man wirklich konkrete Probleme diskutieren kann und auch ganz konkret dafür dann in einer kleinen Gruppe von 15 Personen oder so dafür Lösungen erarbeiten kann, die man dann hier auf dem Parteitag einreichen und dann hier diese konkreten Lösungsvorschläge diskutieren kann. Das auf anderem Wege zu tun und jetzt hier einfach eine offene Diskussion über zwei Stunden oder so anzustoßen, weißt du nicht, ob das so unbedingt so zielführend ist? Pascal, Wasser. Danke. Eberhard, möchtest du erwidern? Ja, das kann ich ganz gerne tun, denn das ist ja, was ich eingangs gesagt habe. Wenn ich ins Hinterzimmer gehe, da kann ich vieles festlegen, vieles regeln. Das ist wohl so. Ich kann also irgendwelche anderen Symposien einrufen, aber es ist heute hier. Die Wahl des Vorstandes und deshalb kann ich das nicht verschieben, wenn ich daraus was ableiten will. Ich bin gegen diesen Antrag und zwar vor allem, weil er inhaltlich unbestimmt ist. Dieser Antrag möchte eine inhaltliche Diskussion über die vergangene Landtagswahl und schon da kann ich mir nicht vorstellen, was damit gemeint ist. Der Antragsteller meint wohl eine Diskussion darüber, wie wir oder wie der Vorstand sich verhalten hat, das steht da aber nicht. So sehe ich die Gefahr, dass wir hier in einer mehr oder weniger undifferenzierten Diskussion uns zwei Stunden lang dann unterhalten und eventuell irgendwann Anwürfe von der einen an die andere Fraktion oder Person kommen, was jetzt alles richtig oder falsch gewesen ist. Das bringt uns aber nichts. Wenn wir die Landtagswahl aufarbeiten wollen, dann müssten wir das ganz anders organisieren. Dann müsste das im Vorfeld angekündigt sein, sodass man heute schon weiß, dass man heute schon gewisse Grundkenntnisse darüber hat, wer wofür stand oder nicht stand. Das ist aber nicht passiert und insofern würde ich ganz massiv ablehnen, jetzt hier auf diese Weise die Tagesordnung auszuweichen. Es würde uns zu viel Zeit kosten bzw. sogar stehlen. Ich möchte noch anmerken, dass deine Einlassungen bezüglich vermeintlicher Hinterzimmer ich auch nicht für richtig halte, weil es wurde ja angeregt, Veranstaltungen zu dieser Aufarbeitung durchzuführen, die dann eben erstens öffentlich sind und zweitens über Mittel wie Streaming etc. auch noch über die eigentliche Veranstaltung hinaus öffentlich gemacht werden, sodass mit diesem Input dann zu einem späteren Zeitpunkt eine solche Diskussion auch viel zielführender auch auf einem solchen Landesparteitag geführt werden könnte. Heute meines Erachtens jedoch nicht. Ja, dann kann ich nochmal zum Schluss kommen. Als Letzte, wir haben jetzt viele Gegenreden gehört, die sich darüber echauffiert haben. Ich unterstelle einfach mal, dass das Plenum souverän genug ist, sich da eine Meinung darüber zu bilden und zu wissen, ob es eine Aussprache haben möchte oder nicht. Danke schön. So, dann kommen wir zur Abstimmung. Und diese Stelle möchte ich nutzen, euch darum zu bitten, die Stimmkarten möglichst mit der breiten Seite zu mir aufrecht und gut sichtbar hochzuhalten, damit ich schnell und wirksam entscheiden kann, wie die Mehrheitsverhältnisse aussehen. Danke schön. So, wer ist für den Antrag vom Eberhard? Der Hibbetti jetzt seine Stimmkarte. Danke. Wer ist dagegen? Das ist eindeutig abgelehnt. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Anträge zur Tagesordnung? Der Jürgen Stemke, natürlich. Den hatten wir ja eben schon angesprochen. Jürgen, wo bist du? Jetzt aber schnell. Ja, ganz von da aus. Ja, also ich würde beantragen, dass wir den Punkt Programmänderung in unserem Wahlprogramm rausschmeißen. Wir haben keine absehbare Wahl und zu allen Punkten gab es ein Meinungsbild. Das heißt, nach außen kann man auch über das Meinungsbild kommunizieren. Okay, gibt es dazu Gegenrede? Formell oder begründet? Dann mal los. Wir können überhaupt nicht wissen, wann es eine nächste Landtagswahl gibt. Noch ist nicht mal ein Koalitionsvertrag unterschrieben. Es gibt schon jetzt große Diskrepanzen zwischen Forderungen, die die Grünen ursprünglich mal aufgestellt haben, wofür sie eingetreten sind, was letztendlich im Koalitionsvertrag steht. Im Gegenteil, ich würde dafür plädieren, mit Hochdruck am Wahlprogramm weiterzuarbeiten. Dafür ist heute und morgen nicht die Zeit. Das ist ganz klar. Was wir aber unbedingt machen müssen, sind weiße Flecken in unserem Wahlprogramm zu schließen. Wie beispielsweise die Tatsache, dass wir überhaupt nichts zur Asyl- und Migrationspolitik drin haben, zur Flüchtlingspolitik. Da sind auch entsprechende Anträge dann aus dem Antragsportal ins Wiki zum Landesparteitag überführt und da möchte ich doch gerne, dass die dann auch behandelt werden können. Danke. Okay. Gibt es dazu weiteren Diskussionsbedarf? Das ist nicht der Fall und können wir abstimmen. Wer ist für den Antrag von Jürgen? Danke. Wer ist dagegen? Die Beteiligung ist so schwach und das Ergebnis scheint mir so unentschieden zu sein, dass ich möglicherweise den Wahlleiter bitten müsste, das Ergebnis auszählen zu lassen. Deswegen würde ich euch jetzt mal kurz um Aufmerksamkeit bitten. Ich wiederhole jetzt einmal noch mit der Aufmerksamkeit des Wahlleiters diese Abstimmung und bitte euch jetzt mit der Stimmkarte anzuzeigen, ob ihr für den Antrag von Jürgen Stemke seid, Streichung programmatischer Anträge aus der Tagesordnung. Bitte lasst die Stimmkarten etwas oben, damit wir uns einen guten Überblick verschaffen können. Vielen Dank. So, Gegenprobe. Wer ist gegen diesen Antrag? Diesmal war eine Mehrheit deutlich erkennbar. Siehst du das auch so? Ja? Oder nichts? Vielen Dank. Der Antrag ist angenommen. Der Tagesordnungspunkt programmatischer Anträge wird ersatzlos gestrichen. Für die Orga im Wiki steht gestrichen. Ich meine ja nur. Okay. Damit sind die Änderungsanträge zur Tagesordnung abgearbeitet. Wir können also die Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenrede gegen die Tagesordnung? Keine? Dann ist sie so beschlossen. Vielen Dank. So, dann haben wir in der Tagesordnung als nächstes den Bericht des Vorstandes. Der Vorsitzende hat bereits gesprochen. Dann kommt als nächstes der Bericht der Mitgliederverwaltung. Ich darf dazu jemanden auf die Bühne bitten. Ich verkneife mir ja schon immer zu sagen, komm in die Büt, weil sonst hältst du mir noch eine Büttenrede. Unten drunter. Ja, so geht es. Bitteschön, du hast das Wort. Moin. Ich wurde gebeten, einen expliziten Bericht zur Mitgliederverwaltung zu schreiben. Und weil im letzten Jahr ziemlich viel passiert ist, ist es auch ein bisschen länger geworden. Ich bitte das zu verzeihen, aber ich versuche vollständig zu berichten. Oder möglichst umfassend. Zur grundsätzlichen Motivation, warum ich den Job überhaupt gemacht habe. Und weiteren Verbänden zur Verfügung gestellt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfrage und gerne wissen möchte, wer in meinem Kreisverband Lastschrift macht oder wer welchen ermäßigten Beitrag hat. Das sind Daten, die ich bräuchte, um beispielsweise selber mahnen zu können oder so. Kann ich bisher nicht erhalten. Inwieweit gibt es da Planung oder inwieweit läuft es schon, dass diese Daten erfasst und dann wann können diese Daten auch zur Verfügung gestellt werden. Das kann ich dir glaube ich gar nicht beantworten, weil das würde ich dann vielleicht an die Mitgliederverwaltung oder an den Schatzmeister weitergeben, weil das sind Details, die mir nicht vorliegen. Also in Zelt sind diese Felder vorgesehen. Das heißt, in dem Moment, wo sie dort eingetragen werden, sind sie verfügbar für jeden, der Zugang hat zu den Zeltstaaten. Und das ist ja auch über die Mailingliste gegangen, dass jetzt die, die das beantragt haben oder die, die es noch wollen, es beantragen können, dass sie einen Zugang bekommen zur eigenen Mitgliederverwaltung. Und ich denke, das wird ein großer Schritt nach vorne sein, weil es einfach die Prozesse verkürzt, denn dann kann entsprechend auch gebucht werden. Ich denke mal, der Zugang zur Buchhaltung wird halt danach sein, also erst die Mitgliederverwaltung, dann die Buchhaltung. Das erfordert aber, dass der Schatzmeister entweder selber oder jemanden hat, der wirklich Buchhaltung kann. Denn in Zelt ist es nicht so einfach wie in den Tabellen, die wir in den vergangenen Jahren benutzt haben. Aber ich denke, das gehört mit zur Professionalität, dass wir das an der Stelle haben. Und das wird uns auch gelingen. Wir müssen nur ein Auge drauf haben, dass in den Kreisverbänden eben Schatzmeister sind, die was von Buchhaltung verstehen oder jemanden da haben, der was davon versteht. Ich wollte sonst noch, darf man Nachfragen stellen oder? Mach mal. Ich hätte sonst, könnt ihr einen Zeitrahmen sagen, wann wir Zugang zu dem Buchungssystem bekommen? Also ungefähr Mai, Juni, Juli 2014, 2015. Also entschuldigen, dass ich jetzt so blöd nachfrage, aber das sind irgendwie Sachen, die interessieren wahrscheinlich eine ganze Menge Leute. Also ich könnte dazu so viel sagen, dass der Zugang für die Gensex jetzt wohl verteilt wird. Was die Schatzmeister angeht, sage ich erstmal nichts. Also Clemens, da muss unterschieden werden. Es gibt ja zwei Sage-Produkte. Es gibt Sage Office Line für die Buchhaltung und CRM für Mitgliederverwaltung. Für die Buchhaltung wird es keine weiteren Zugänge bis auf weiteres geben. Da braucht man eine spezielle Lizenz, die sehr teuer ist. Und da haben wir auf Bundesebene bestimmte Anzahl gekauft. Und da werden die Kreisverbände, sofern ich informiert bin, bis auf weiteres keinen Zugang bekommen. In CRM haben wir jetzt Lizenzen gekauft vom Land. Die sind angefordert und die werden verteilt, so wie die Bundes-IT da vorankommt. Das handelt sich aber eher um Wochen als um Monate. Das heißt, die Buchführung in den Kreisverbänden wird ganz normal weiterhin klassisch erfolgen, nicht über Sage. Und ich müsste dann auch wieder im Land anfragen, wenn ich diese Daten dann haben möchte. Zum Beispiel, wer macht Lastschrift? Vielleicht darf ich nochmal nachfragen. Ist diese Lastschrift oder nicht nicht über den Gensex-Zugang zugreifbar? Nein, ich kann weder Leben noch Schreiben. Das wäre vielleicht eine Optimierung, die man einbauen könnte, dass zwar nicht die Kontodaten selbst, aber wenigstens ja oder nein dort verfügbar ist. Entschuldigung, einen kleinen Wunsch hätte ich. Diejenigen von euch, die den Bericht des Kassenprüfers total uninteressant finden, können gerne schon mal eine kleine Verschnaufpause im Foyer machen. Denn wenn ich euch im Publikum so laut wahrnehme, dass es mir schwerfällt, über die Monitore dem Redner zu folgen, beginne ich ungeduldig zu werden. Und das könnte unter Umständen bedeuten, dass der eine oder andere von euch mal zehn Minuten Zwangspause im Foyer erlebt, wenn ich den Eindruck habe, dass er zu den Unruhestiftern gehört. Ich nehme an, es ist im Sinne der Versammlung, wenn wir hier für die nötige Aufmerksamkeit sorgen. Und wenn irgendjemand glaubt, dass es besser ist, wenn wir alle wild durcheinander reden, dann möge er mir das bitte zur Kenntnis geben. Dankeschön. Gut, ich weiß nicht, wer wäre sonst erstmal zufrieden? Ich denke, da gibt es irgendwo noch offene Fragen, die müssen wir uns vielleicht nochmal zusammenfassen. Ich wollte sagen, dass wir morgen in der Auszählpause oder mittags uns mit allen Schatzmeistern und Interessierten zusammensetzen können. Da kann ich so Detailfragen dann auch nochmal erläutern und auch Ideen, vielleicht wie man die Problematik, die hinter deiner Frage steckt, auch lösen kann. Für alle Seiten befriedigend. Super, Dankeschön. Da waren jetzt zwei Stellen im Bericht, auf die ich konkret eingehen möchte. A, wieso der Eindruck entstand, dass im Oktober 2012 die Daten der Mitglieder im Sage nicht vorlagen, obwohl sie da waren. Insbesondere, weil ich in dem Zeitpunkt auch ganz aktuell gehalten habe, weil ein BPT bevorstand. Also es ist so, dass ich die im Monatstakt etwa aktualisiert habe, aber sie waren da. Also es könnten höchstens vielleicht eine Woche gefehlt haben oder so. Zum anderen, ja es gab Kommunikations- und Abspracheprobleme zwischen Mitgliederverwaltung und Schatzmeistern, aber meine Daten waren regelmäßig Meinhard vorgelegen. Ich habe die dann in der Rohfassung, wie sie bei mir vorlag, einfach weitergeschickt. Das heißt, derselbe Datenstand war da. Ich habe auch angeboten, direkten Zugang auf mein System zu geben. Das wurde nicht angenommen. Mag technische Gründe haben oder organisatorische, das weiß ich nicht. Ich habe auch mehrfach versucht, Meinhard, in mein System mit zu integrieren. Das hat auch nicht gefruchtet. So, Moment, wir haben kurz einen GO-Antrag zu behandeln. Es kam, wie es kommen musste. Jemand hat einen GO-Antrag auf wildes Durcheinander gestellt. Das ist kein gültiger GO-Antrag. Die Sitzung kann fortgesetzt werden. Danke. Vielleicht eine kurze Erwiderung. Es ging bei den unvollständigen Daten in Sage, glaube ich, nur um November und Dezember, weil bis zum 31.10. war wohl alles auch vollständig, aber es gab dann eben Mitglieder, die es in der Mitgliederverwaltung eigentlich geben müsste, aber im Sage nicht drin waren. Also erstmal wurde mir kein Mitglied genannt, das tatsächlich fehlt. Es gab Irritationen über korrekte Schreibweise von Namen. Aber keine Mitglieder, die Mitglied sind, haben in den Daten gefehlt. Zu keinem Zeitpunkt ist mir bewusst bekannt, dass ein Mitglied gefehlt hat oder konnte nachgewiesen werden, dass ein Mitglied fehlt. Also ich kann dazu sagen, dass es Zahlungseingänge gibt, die deutlich nach einem Mitgliedsbeitrag aussehen, zu denen es aber keinen Mitglied gibt. Das kann natürlich sein, dass es dazu auch keinen Antrag gibt. Das will ich nicht ausschließen. Ich finde nur in meiner Mailbox eine Anfrage, die bei den Mitgliederverwaltern gelandet ist, wo dann jemand sagt, also ich bin jetzt in den Stadtverband sowieso umgezogen und ich möchte jetzt mal wissen, wann ich meinen Ausweis bekomme. Und daraus schließe ich, dass zumindest der Mitgliederverwaltung bekannt ist, dass dort jemand ist, der meint, Mitglied zu sein und einen Antrag abgegeben zu haben, der aber zu diesem Zeitpunkt, das war glaube ich im April 2012, eben keinen Mitgliedsausweis hat und der eben auch bis heute nicht im Sage drin ist. Wie das nun alles zusammenhängt und warum der nicht nachrecherchiert worden ist, weiß ich nicht. Das will ich auch gar nicht kritisieren. Ich wollte das eben nur als Kassenprüfer feststellen, dass es so ist. Okay, also dieser konkrete Fall ist mir jetzt gerade nicht bewusst. Ich habe fünf Einzelfälle überprüft, von denen mir gesagt wurde, da haben wir Mitgliedsbeiträge, aber den finden wir nicht. Eins von diesen Mitgliedern war bereits wieder ausgetreten. Das ist dann vielleicht einfach ein Datenabgleichsproblem, dass Ausgetretene nicht angezeigt werden. Zwei weitere sind keine Mitglieder, weil noch irgendein Punkt ausgestanden hat. In einem Fall war die Zahlung uns nicht mitgeteilt worden. Das ist die Änderung beim BPT 13.1. Solange die Zahlung uns nicht mitgeteilt wird, können wir den nicht in die Mitgliederdaten schieben. Ein anderes Mitglied wurde von seinem KV noch nicht aufgenommen, ist also zu dem Zeitpunkt kein Mitglied gewesen. Und in einem Fall war die Schreibweise ein kleines bisschen abweichend und das Mitgliedsrolle konnte nicht gefunden werden. In einem anderen Fall ist die Schreibweise extrem abweichend gewesen und wir prüfen jetzt, ob es sich um ein oder zwei Mitglieder handelt. Also ich will da jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ich denke, da ist einfach Optimierungsbedarf. Wo das eben krankt, weiß ich nicht. Es sind Einzelfälle. Es ist auch nicht so, dass das problematisch ist, weil eben die Buchhaltung ja im Parallelsystem von Meinhardt vollständig war. Dort ist das auch alles korrekt gewesen und konnte auch verbucht werden. Insofern ist das für mich als Kassenprüfer kein Problem gewesen. Hallo, mein Name ist Bernd Reier. Ich hätte mal eine Frage wegen dem zukünftigen Wahlkampfbudget. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssten wir kalkulatorisch rechnen, ca. 35.000 Euro sind vorhanden, die wir 2013 für den Bundestagswahl eventuell für andere Dinge ausgeben sollen, die Wahlkampf theoretisch noch mal anfallen könnten. Das würde bedeuten, weil aktuell, wenn ich da richtig informiert bin, 30 Wahlkreisen, dass wir maximal ca. 1.300 Euro je Wahlkreis an Liquidität haben, um zusätzlich ergänzende Mittel zu investieren, um irgendwelche Dinge abzudecken, die im Wahlkampf aktuell sind. Parallel wollte ich dazu anmerken, wenn ich richtig informiert bin, dass seitens der Btw-Wahl die Idee zumindest angedacht ist, mit einem einheitlichen Konzept in die Bundestagswahl aufzutreten. Jetzt frage ich natürlich die zukünftigen Kandidaten hiermit auch, wie sie sich das dann realistisch vorstellen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Entschuldigung, ich wollte das nur anmerken. Du kannst die zukünftigen Kandidaten zu diesem Zeitpunkt nicht besuchen. Alles klar, mein Entschuldigung. Ich wollte nur noch mal den Sachverhalten mir noch mal bestätigen lassen, dass wir diese 35.000 Euro maximal zur Verfügung haben, wenn wir nicht keine weiteren Kredite aufnehmen. Danke. Also ich bin Kassenprüfer und nicht der zukünftige Schatzmeister oder zukünftige Vorstand. Deswegen kann ich dazu jetzt wenig sagen. Also das ist halt der Haushaltsentwurf. Haushaltsentwurf, da müsstest du dann mit deinem zukünftigen Vorstand verhandeln, dass der vielleicht höher oder niedriger sein muss. Also mir geht es um die Kassenprüfung selber. Die Frage ist, seid ihr zu einem Entschluss gekommen? Empfehlt ihr die finanzielle Entlastung des Vorstands oder nicht? Ich weiß nicht, hast du es vielleicht schon gesagt? Ich habe es nicht gesagt. Ich schreibe das meiner fehlenden Erfahrung zu. Das steht natürlich in dem Bericht auch genau drin. Und zwar die Kassenprüfer empfehlen der Versammlung die uneingeschränkte Entlastung des Vorstandes. Tut mir leid, dass ich das Wichtigste vergessen habe. So, vielen Dank. Soweit ich das sehen kann, ist die Rednerliste leer. Damit ist die Befragung des Kassenprüfers beendet. Gibt es noch eine Abschlussbemerkung vom Kassenprüfer? Vielen Dank für das Vertrauen. Vielen Dank. Dann habe ich als nächstes in der Tagesordnung die Entlastung des Vorstandes zu behandeln. Das wird abgestimmt. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Erstmal die Frage vorweg. Gibt es bezüglich der Entlastung des Vorstandes Wünsche bezüglich der gemeinsamen Entlastung oder der Entlastung als einzelne Person? Gibt es diesen Wunsch? Du möchtest das getrennt haben. Dann stimmen wir das kurz ab. Wer ist dafür, dass der Landesvorstand als Gesamtvorstand entlastet wird? Danke. Wer ist für die Entlastung als Einzelperson? Das ist die Minderheit. Damit werden wir darüber abstimmen, ob der Landesvorstand als gesamter Vorstand entlastet wird. Ich bitte deswegen jetzt darüber, diese Abstimmung durchzuführen. Wer ist dafür, den Landesvorstand zu entlasten? Danke. Wer ist dagegen? Das ist mit wenigen Gegenstimmen der Landesvorstand entlastet. Vielen Dank. Ich unterbreche kurz die Sitzung für 30 Sekunden, damit sich die Versammlungsleitung kurz besprechen kann. Kleine Ansage an alle. Es ist eine Tagesordnung im Umlauf, die Uhrzeiten enthält. Diese Uhrzeiten sind nicht verbindlich. Mir ist unbekannt, warum es diese Tagesordnung mit Uhrzeitangaben enthält. Die Tagesordnung wird in dem Umfang behandelt, wie sie vorgesehen ist. Und die dafür nötige Zeit wird so oder so verbraucht. Und da wir im Moment vor der Zeit sind, werden wir nicht bis 13 Uhr warten, um eine Mittagspause zu beginnen. Außerdem gibt es einen Hinweis von der Orga darauf, dass ab 13 Uhr das Catering Mittagessen zur Verfügung stellt. Es war vorgesehen, dass das Mittagessen hier im Saal gegessen wird. Und von daher werden wir keine Unterbrechung der Sitzung von 13 bis 14 Uhr machen. Sonst bekommen wir unter Umständen Zeitprobleme bei der Abhandlung der Tagesordnung. Als nächster Tagesordnung... Ja, da darfst du ruhig applaudieren. Ist okay. Als nächsten Tagesordnungspunkt haben wir die Satzungsänderung. Bevor wir dazu kommen, wurde ich jedoch gebeten, dem Landesvorsitzenden noch mal kurz Redezeit einzuräumen. Und das würde ich gerne tun, sofern es da keine Gegenrede aus der Versammlung gibt. Ist das der Fall? Ist das nicht der Fall? Dann kann ich dem Andreas jetzt noch mal kurz Redezeit geben und bitte euch um Aufmerksamkeit. Ja, mal eben vorweg, da war eben noch was über, als wir die Blumen verteilt haben. Kann mir vielleicht mal eben kurz jemand den letzten Blumenstrauß nach oben bringen? Ganz fix? Fix geht nicht? Okay, wir sind bei Piraten, ist das okay? Nein, einer war da noch, ne? So, und dann habe ich nämlich gesehen, dass die Katta da gekommen ist, gerade. Wer den unwahrscheinlichen Fall hat, dass er Twitter folgt, der konnte heute Katas Odyssee live miterleben. Also das letzte, was ich gesehen hatte, war eine Reifenpanne und ein zu gefrorenes Auto. Ja, wir freuen uns, der Katta kommt noch mal eben hoch. Ich glaube, Thomas und Meinert hatten ja vorhin schon was gesagt, aber ich will das noch mal wiederholen, damit sie das auch selber live mitbekommt. Es hat uns, glaube ich, kaum jemand so gut im Wahlkampf vertreten wie Katta. Katta steht eigentlich wie kaum ein anderer Pirat für unsere Grundwerte und unsere Grundthemen, Bürgerrechte, Informationsfreiheit, ich brauche jetzt nicht alles aufzählen. Sie hat uns sehr professionell und sehr nachhaltig vertreten. Ich glaube, Katta hat sich für alle Aufgaben, die es innerhalb und außerhalb der Piratenpartei gibt, sehr empfohlen. Ich würde mir sehr wünschen, du machst jetzt, glaube ich, deine Masterarbeit. Wenn du nach der Masterarbeit ein sehr hervorgehobenes Amt in der Piratenpartei vertreten würdest, das würde uns alle freuen. Katta, wir haben vorhin sieben andere Blumensträuße verteilt. Du bist nicht die achte, du warst aber eine von der Gruppe. Wir danken dir. Dankeschön, wäre nicht nötig gewesen. So, kurz und knapp. Als nächsten Tagesordnungspunkt haben wir die Satzungsänderungen und da hier möglicherweise ein Klärungsbedarf besteht, würde ich doch darum bitten, dass ich diejenigen, die die Satzungsänderungen haben, die einen Klärungsbedarf noch haben, sich kurz melden und zur Versammlungsleitung kommen. Ich würde dafür für fünf Minuten die Versammlung unterbrechen, damit es uns möglich ist, in korrekter Abfolge, wie von den Antragstellern gewünscht, in der Versammlung fortzufahren, damit es hinterher nicht heißt, ihr habt das aber falsch gemacht und wir wollten es eigentlich ganz anders haben. In der Zwischenzeit noch eine kurze Anmerkung. Also die Mittagspause von 13 bis 14 Uhr, die ist zwar gestrichen, die Versammlung wird weiterlaufen, aber es soll euch nicht daran hindern, Essen zu holen. Ab 13 Uhr, also in gut einer Viertelstunde, wird nach meiner Auskunft, soweit mir das mitgeteilt wurde, der Caterer das Mittagessen zur Verfügung haben, nur damit da keine Missverständnisse aufkommen. Dankeschön. Okay, jetzt noch mal ganz klar. Bitte alle, die einen Satzungsänderungsantrag eingereicht haben, jetzt zu uns kommen. Auf die Bühne. Auf die Bühne. Zur Versammlungsleitung, ganz genau. Das habe ich eben schon mal gesagt. Eigentlich schon. Ich weise darauf hin, dass die Versammlung immer noch unterbrochen ist und wir besprechen uns kurz und in fünf Minuten melden wir uns wieder. Vielen Dank. Ich weise darauf hin, dass die Versammlung immer noch unterbrochen ist. Ich weise darauf hin, dass die Versammlung immer noch unterbrochen ist. Ich weise darauf hin, dass die Versammlung immer noch unterbrochen ist. Ich weise darauf hin, dass die Versammlung immer noch unterbrochen ist. Sagen wir mal die beiden Namen. Also zwei Personen werden ausgerufen, die sollen mal hier auf die Bühne kommen. Sagen wir mal die Namen bitte. Roman Grussow und Roland Lichty. Die beiden möchten mal bitte hier nach vorne zu diesem Vierergrüppchen kommen. Das Vierergrüppchen bleibt mal vorne hier stehen. Ja, Herr Willi, danke. Vielen Dank. 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 Danke, Lara. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Satz. Vielen Dank. 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 Auf die Frage. Auf die Frage. Wollt ihr, Tagesordnung so fortfahren soll, wie die Tagesordnungspunkte hintereinander aufgelistet werden. Und dementsprechend werde ich die Tagesordnung abarbeiten. Wenn irgendjemand der Meinung ist, dass an irgendeiner Stelle eine bestimmte Uhrzeit festzusetzen ist, dann möge er dies beantragen. Dankeschön. Achim, warum höre ich dich auf dem Monitor? Ah, okay. Ja, das stimmt. Die Orga hören wir immer gerne, weil sie einen ordentlichen Job macht. Hey, mitklatschen. Dankeschön. Also, Frage an die Antragsteller der Satzungsänderungsanträge. Wie weit sind eure Konsensgespräche gediehen? Wird das noch ausgeklüngelt? Ist das schon ausgedruckt? Wie ist der Stand der Dinge? Informiert mich mal. Ich unterbreche die Sitzung für eine Minute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich fände es echt cool, wenn ich mal Gehör fände. Danke. Also, derzeit wird der Satzungsänderungsantrag bezüglich der Zusammensetzung des Landesvorstandes in einer Form zum BIMA-Team gegeben, die es dann... Sie? Vielen Dank. 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 Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Ja, sehr gut. Ja. 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 Aber ich dachte eigentlich, wenn ich mich nach Wolfenbüttel erinnere, bin ich mal eingeladen worden, um die Trolle unter Kontrolle zu halten. Oh, was für ein Wortspiel. Und deswegen Frage ans Publikum. Sind hier Trolle anwesend? 90 Prozent der Anwesenden, das kann lustig werden. So, Spaß beiseite. Der nächste Redner. Ja, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man mit diesem Alternativantrag quasi durch Komponenten sämtliche anderen Anträge abhandeln kann, aber noch viel mehr? Nicht viel mehr, genau das. Also alle Optionen, die in den anderen Anträgen drin sind, werden abgefragt. Das heißt, durch Kombination kann man nicht noch weitere Dinge dann zusammenkriegen, weil ich habe jetzt die Option noch nicht gesehen. Also theoretisch könnte man jetzt, ja, man kann praktisch einen komplett neuen Antrag dadurch kreieren, dass man halt zum Beispiel eine ganz obskure Kombination wählt von, ich will zwar einen Polgefarben, aber keinen Gänseck, aber ich möchte einen Techniksekretär. Aber man könnte also einen neuen Antrag dadurch erzeugen. Es ist halt ein Alternativantrag. Das Ziel ist nicht exakt, einen der sieben Anträge abzubilden, sondern einfach nur der Versammlung die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden, was sie denn da aus diesen verschiedenen haben wollen. Weil das könnte ja auch passieren, dass wir drei Anträge haben, die was Gutes enthalten und dann sagt die Versammlung, eigentlich wollen wir ja aus diesen Anträgen das, das und das haben. Dann müssen wir uns sowieso wieder hinsetzen und aus diesen drei Anträgen einen neuen basteln. So machen wir das halt alles auf einmal. Also genau das war die Frage, kann man erstens alle sieben Anträge mit diesem Alternativantrag abdecken und kann man b, auch weitere Dinge, die man möglicherweise will, auch machen. Ja. Dann ist es auf jeden Fall mehr. Ja. Also ich habe jetzt keine Frage zu stellen, weil ich bei einer von denen, die den Antrag gestellt haben, wenn es jetzt der formellen Sache bedarf, dass ich meinen Antrag zurückziehe, würde ich meinen Antrag zugunsten der modularen Abstimmung auch zurückziehen. Aus unbekannten Gründen ist ein Mikrofon ausgefallen. Komm mal schnell nach vorne gelaufen, ich habe hier Ersatz. Hallo, sag doch was. Geht es wieder? Wenn es wieder geht, dann nehmen wir das da weiter. Der Achim ist der Meinung, man kann das Ding rauf und runter schieben. Leider tut es dann nicht mehr. Komm her, nimm das hier, ich schalte es dir schon mal ein. Applaus für den Pascal, der das Mikrofon bringt. Ja, wunderbar, ein bisschen laut, aber egal. Ich war ja einer von denen, der diesen Antrag gestellt hat zur Satzungsänderung Paragraf 14.1. Ich denke, wir haben da einen sehr guten Kompromiss geschaffen, weil was bringt es, wenn wir einzelne Satzungsanträge oder Satzungsänderungsanträge abstimmen, aber uns grundsätzlich gar nicht darüber einig sind, ob wir überhaupt so eine Position wie ein Gensek oder Polgif haben wollen. Darum finde ich es eigentlich gar nicht verkehrt, oder was heißt eigentlich, ich finde es super, wenn wir erstmal die grundsätzliche Frage klären, wollen wir die Veränderung des Vorstandes und wenn ja, wie soll sich der Vorstand zusammensetzen? Dankeschön. Ich war auch einer der Antragsteller und würde mich Roman anschließen. Drück erst auf die Taste, um das Ding stumm zu stellen, bevor du das da rein montierst, damit es nicht so kloppt. So, geht schon, alles klar. Gut, alles klar soweit. Keine weiteren Fragen. So, dann werden wir Folgendes machen. Dann, du liest immer die Position vor. Wir müssen noch abstimmen, ob wir das als Alternativantrag akzeptieren. Ganz genau. Du liest immer die Position vor, über die wir abstimmen wollen und ich werde dann die Abstimmung durchführen. Kriegen wir das hin? Ja. Machen wir im Duett. Super. Dann sag mir mal das Erste, was ich abstimmen lassen soll. Ob wir das jetzt als Alternativantrag... Stopp, 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 Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Der Protokollant meldet sich, das ist wichtig. Ja, das ist als Erstes, genau. Darüber herrscht Einigkeit. So, das Erste war, wir stimmen erst mal ab, ob wir das Modulare wollen, statt der Anderen. Weil sonst muss ich hier nicht sein. Ganz genau. So. Also, erstens stimmen wir darüber ab, ob wir lieber die modulare Entscheidung über die Zusammensetzung des Landesvorstandes haben wollen. Wenn das der Fall ist, werden wir die behandeln. Anderenfalls werden wir die anderen Anträge behandeln. Gibt es jemanden im Saal, dem die Vorgehensweise unklar erscheint? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir jetzt zu der Abstimmung. Wenn ihr dafür seid, die modulare Zusammensetzung des Landesvorstandes zu behandeln, dann hebt bitte jetzt eure Stimmkarte. Danke. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Das ist bei sehr wenigen Gegenstimmen angenommen. Vielen Dank. So, damit können wir zum ersten Teil deines modularen Antrages kommen. Der bitte wie folgt lautet. Soll sich die Zusammensetzung des Vorstandes eigentlich ändern oder nicht? Weil das sollten wir als allererstes mal klären. Weil wenn wir das alle eigentlich gar nicht wollen, sparen wir uns den ganzen Klatterdatsch. Dass die Frage ist, soll die Zusammensetzung des Vorstandes geändert werden? Okay, ihr habt die Frage gehört. Darüber gibt es zunächst mal die Möglichkeit einer Aussprache. Da steht schon jemand am Mikrofon. Das ist der Kevin. Du hast das Wort. Bitte schön. Ja, danke. Plan wäre jetzt, Pol, Gev, Genseck und solche Pöstchen in die Satzung zu schreiben. Ob jetzt optional oder verpflichtend. Es ist nichts in der Satzung definiert, was die genauen Aufgaben dieser Menschen sein werden. Das heißt, die 100 oder 200 Teilnehmer dieser Veranstaltung haben wahrscheinlich 100 verschiedene Meinungen dessen, was diese Menschen tun sollen. Das heißt, wir haben hier Unklarheit und Dissens und Streitpotenzial. Punkt zwei ist, wenn wir jemanden zum Genseck machen, dann hat er keinen Stellvertreter. Wenn wir jemanden zum Pol, Gev machen, er tritt zurück oder er ist eine Woche krank, dann kann das problematisch werden. Wir haben viel mehr Freiheit, wenn wir diese Menschen einfach zu Beisitzern in den Vorstand wählen und die ihre Aufgaben unter sich mit klaren Vertreterregelungen selber einteilen können. Dann sind alle diese Probleme gelöst. Wichtig wäre es dafür, jetzt die Satzung an dieser Stelle einfach nicht zu ändern. Oh, Sekunde, Entschuldigung. Möchtest du darauf erwidern? Nee. Nee, gut. Der Nächste, bitte. Wenn man sich meinen Satzungsänderungsantrag zu § 14 einmal anschaut, ist dort auch die Aufgabe des Polsek und des Quatsch, des Polgev und des Genseck ein bisschen definiert. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, wir haben zurzeit eine Geschäftsordnung des Vorstandes, die sich der Vorstand selbst gegeben hat. Egal, wie sich der Vorstand nach der Wahl dann zusammensetzen wird, er wird sich eine Geschäftsordnung geben. Die spannende Frage wird dann sein, inwieweit die Basis bei der Meinungsfindung einer Geschäftsordnung dann unterstützend zur Seite gestellt wird. Ich plädiere weiterhin dafür, einen Polgev und einen Genseck einzuführen, da wir dadurch zum einen eine klarere Aufgabenteilung haben, die wir jetzt momentan aus meiner Sicht nicht haben. Und klar, wir könnten Beauftragte halt erstellen, aber ich denke, es ist besser, wenn wir tatsächlich, wie das auch im Bundesvorstand und in zehn anderen Landesverbänden gelebt wird, klar definieren, dass wir Leute haben, ich sage es jetzt mal blöd, die für bestimmte Sachen den Hut aufhaben. Wir haben, das ist ein anderes Argument, wenn wir uns die Kandidatenliste einmal anschauen, gut, Kata hat jetzt gesagt, sie streicht sich für ihre Bewerbung des Polgev, sie ist dann noch eingetragen worden, aber wir haben, so denke ich, sehr gute Kandidaten für diese Ämter, die auch nur für diese Ämter zur Verfügung stehen. Ich möchte jetzt nicht einzelne Namen nennen, will hier nicht beeinflussen, aber guckt euch bitte mal die Kandidaten an, die für so ein Amt zur Verfügung stehen könnten. Und dann überlegt noch mal, ob es nicht vielleicht Sinn macht. Weiterer Punkt, wir hätten auf jeden Fall eine Vergrößerung des Vorstandes. Was denke ich bei den anstehenden Aufgaben, die wir haben, Stichwort Bundestagswahl, Europawahl, nicht verkehrt sein kann? Die Anregungen zu überlegen, möchte ich kurz aufgreifen und es den Rednern, da ihr viele seid, mit auf den Weg geben, bitte achtet darauf, dass ihr euch möglichst kurz und prägnant fasst und verzichtet bitte darauf, euren Vorrednern zuzustimmen und verzichtet bitte ebenfalls auf jede andere Art der Wiederholung. Vielen Dank. Ich möchte zu dieser Stellvertreterfrage etwas sagen. Also Kevin, wir haben zum Schatzmeister auch keinen Stellvertreter. Das Argument verstehe ich nicht, warum fehlender Stellvertreter eine Funktion überflüssig macht. Und B, können wir uns ja überlegen jetzt mit diesem Antrag, ob wir eben Stellvertreterfunktionen einsetzen, was zum Beispiel auch beim Schatzmeister vielleicht Sinn machen könnte. Also das ist für mich kein K.O.-Kriterium. In dieser, also in der Piratenparte ist es ja üblicherweise so, dass die Vorstände Entscheidungs- und Verwaltungsfunktionen haben. Und jetzt bekommt man eigentlich mit dieser Genseck- und Polgev-Definition dort etwas rein, was da eigentlich gar nicht so richtig reingehört. Weil das Erfahrung auf Kreisverbandsebene, das ist zwar ein Unterschied zum Landesverband, aber die Erfahrung, die sagt mir ganz deutlich, dass es scheiße ist, wenn eine Mitgliederversammlung den Vorstand zu enge Grenzen setzt und er dann daran gebunden ist und dann vielleicht einfach irgendeine Funktion nicht mehr hat, zum Beispiel in Polgev. Es ist sehr, sehr sinnvoll, wenn man sieben Leute oder so, denen man vertraut, in den Vorstand hineinwählt. Diese Leute genießen nicht nur das Vertrauen, ihre Aufgaben zu erfüllen, sondern die Aufgaben auch untereinander klug aufzuteilen. Danke. Das mit Vertrauen und Piraten und Vorständen ist ja immer so eine Sache. Es ist bloß Folgendes. Ich bin im Großen und Ganzen dafür, dass der Vorstand seine Aufgaben frei erledigen kann und auch frei zuordnen kann, frei delegieren kann und alles, sich seine Beauftragung selber gibt. Was ich aber möchte, ist, dass die Sachen, die eine Außenwirkung haben, wie zum Beispiel ein Polgev oder wie zum Beispiel ein Generalsekretär, und das sind genau die vorbelasteten Sachen, die ich meine, diese Sachen, die Außenwirkung haben und die auch die Schlagkraft der einzelnen Vorstandsmitglieder gegenüber zum Beispiel der Presse verstärken, die sollten wir unbedingt belegen, damit wir diese Chance nicht ungenutzt lassen. Um aber überhaupt irgendwas zu machen, entweder das, was Jason will oder das, was ich möchte, müssten wir das Ganze ändern und deswegen bin ich für eine Änderung. Wir erfinden ja das Rad hier heute nicht neu. In fast oder in gut zwei Dritteln aller Landesverbände gibt es diese beiden Positionen schon. Die gibt es nun zwar noch nicht so allzu lange, sodass man sagen könnte, dass das tatsächlich ein Erfolgsmodell ist, aber mir ist noch jetzt kein Argument untergekommen, was dagegen spricht, tatsächlich insbesondere diese beiden Positionen einzuführen. Zusätzlich gibt es ja eine Idee, wie diese Positionen dann inhaltlich ausgefüllt werden könnten. Dazu gab es einen Eintrag in der Mailingliste. Ich glaube, Roman hatte da schon einen Vorschlag gemacht, was denn tatsächlich der Inhalt sein könnte. Daran kann sich ja denn derjenige, der dieses Amt nachher übernehmen möchte, auch orientieren. Und letztendlich werden ja dann die Kandidaten, die sich tatsächlich für diese Ämter zur Verfügung stellen, auch sicherlich sagen, was sie tatsächlich mit diesem Amt verbinden möchten. Das heißt, wir haben dann also eine relative Gewissheit, was kommt tatsächlich von diesen Leuten als Input. Und wenn uns das nicht überzeugt, dann wählen wir sie halt nicht. Aber wenn es uns überzeugt, warum sollten die dann nicht speziell für diesen Posten gewählt werden? Danke. Der Arne hat gerade einen GO-Antrag auf Meinungsbild gestellt. Möchtest du mal eben bitte kurz am Mikrofon das selber formulieren? Entschuldige, wenn ich dich jetzt scheuche. Kein Problem. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Zustimmungslage hier eindeutig ist. Ich habe einen Antrag auf Meinungsbild. Und zwar, wer möchte jetzt die Vorstandskompetenzen ändern? Das heißt also, wer möchte jetzt den Satzungsänderungsantrag behandeln? Also, ihr habt es gehört. Meinungsbild. Wer ist der Auffassung, dass diese Frage vom Arne mit Ja zu beantworten ist? Danke. Wer sagt dazu Nein? Also, für den Stream teile ich mit. Es scheint ein leichtes Übergewicht für Ja zu geben. Den Rednern möchte ich gerne noch mal einschärfen, dass ihr euch möglichst auf neue Aspekte beschränken sollt. Keine Wiederholungen, bitte. Und auch wenn es sich nur um eine leichte Variante des Vorredners handelt, könnte es sein, dass ich euch den Stecker ziehen lasse. Der nächste Redner hat das Wort. Wie immer kurz und knackig. Wenn wir Polgif und Genseck einführen, bedeutet das doch nicht, dass der Vorstand sich noch Beauftragte suchen kann. Das kann er doch anyway. Ganz kurz. Wir stellen uns, oder alle Kandidaten stellen sich ja gleich vor, ich erwarte von allen Kandidaten, dass sie bei ihrer Vorstellung sagen, was sie von diesem Amt erwarten, was sie da machen würden, wenn sie da reingewählt werden. Egal, wie das Ergebnis dieser Abstimmung jetzt aussieht, darauf kann man die Leute festnageln, was sie da sagen. Und das ist jetzt, was ich zu diesem Antrag sagen möchte. Und ich glaube, man kann sehr, sehr viel flexiblere Positionen vertreten, sehr viele verschiedene Aufgabengebiete definieren, wenn einfach die Leute in ihrer Vorstellung sagen, was sie machen möchten. Und wenn die Basis diese Leute dann im Nachhinein, wenn sie gewählt wurden, auf ihre Vorstellung festnagelt. Dafür mal ein Protokoll. Sekunde, bevor du redest, Mike Saunus. Nimmst du mal gerade die beiden Leute und sprecht ihr woanders, damit es für mich nicht so aussieht, als würdet ihr hinten anstehen. Und außerdem, wenn es noch Leute gibt, die reden wollen, bitte begebt euch zum Mikrofon. Ich habe gerade eben, wenn ich das richtig gesehen habe, einen GO-Antrag auf Schließung in der Rednerliste gesehen. Der war mir aber nicht deutlich genug, als dass ich den behandeln wollen würde. Nur wenn der... Okay, der Arne hat ihn diesmal sehr deutlich gezeigt. Danke. Wenn ihr also reden wollt, begebt ihr euch bitte jetzt zum Ende der Schlange, sonst wäre das nach den sechs dort stehenden Leuten das Ende der Rednerliste. Bitteschön. So, was Neues, ein neues Argument. Thema Vernetzung. Wir haben zum Beispiel in Johannes Bonnard einen politischen Geschäftsführer auf Bundesebene, der relativ regelmäßig auch dazu aufruft, in einen Austausch der politischen Geschäftsführer zu gehen. Wenn man sich dann das Wiki anschaut oder das PET, wer dann dabei ist, fehlt logischerweise immer Niedersachsen. Das heißt, es hat in der Vergangenheit auch niemanden im Vorstand gegeben oder irgendeinen Beauftragten, der sich dann im Prinzip dazu bereit gefunden hätte, an diesem politischen Geschäftsführertreffen teilzunehmen. Das finde ich ganz wichtig. Das findet dann im Prinzip ohne uns statt. Inwieweit jetzt da eine große Wichtigkeit drin ist, das muss jede und jeder von euch selbst bewerten. Ich finde es schade, dass wir in so einem Gremium nichts sehen. Ähnliches gilt natürlich für den Genseck. Außendarstellung wurde schon gesagt, ich möchte das aber nochmal unterstreichen. Wir brauchen, denke ich, auch für die Außendarstellung in unseren anstehenden Wahlkämpfen, feste Personen, die dann auch nach außen wirken. Deshalb bitte ich euch, dem zuzustimmen. Und wie man das Ganze dann nennt, ich kann da durchaus Jason halt folgen, weil das teilweise wirklich ein bisschen verbrannt ist, das können wir dann ja theoretisch immer noch bestimmen. Ich wollte nochmal dazu einwerfen. Als einer der Beauftragten habe ich im letzten Jahr deutlich mitbekommen, was die Vor- und Nachteile ist, wenn man als Beauftragter die Funktion außerhalb des Vorstands macht. Und bin selber deswegen auch unentschlossen, ob wir das unbedingt in den Vorstand reinziehen müssen oder nicht. Was ich aber unbedingt mitgeben möchte, ist, dass wenn wir im Vorstand eine Person haben, die Mitgliederverwaltung macht, dass sie das nahezu ausschließlich machen sollte. Und mit der expliziten Benennung. Politischer Geschäftsführer oder Generalsekretär sind letztendlich Labels, die man auf Personen draufpappt oder auch nicht. Wenn man diese Labels auf Personen draufpappt, müssen es Personen sein, die dafür geeignet sind. Das ist aber unabhängig davon, ob wir im Vorfeld diese Labels einführen oder nicht. Ganz im Gegenteil halte ich es für sinnvoll, dass ein Vorstand sich per Geschäftsordnung seine Mitglieder so aufteilt, wie es eben seiner Zusammensetzung entspricht. Insofern bin ich dagegen, jetzt im Vorfeld diese Posten zu definieren, sondern dafür, dass wir einen Vorstand mit ausreichend Beisitzern wählen, der sich dann, wenn er es für sinnvoll hält, entsprechende Labels selbst auf die Leute draufpappt, sodass wir dann sehr wohl einen politischen Geschäftsführer zum Beispiel haben können, ohne dass wir das hier jetzt explizit wählen müssen. Deswegen halte ich das für unnötig. Eben hat jemand gesagt, dass man ja, wenn man politische Geschäftsführer... Wiederholung mit Ankündigung. Nein, Entschuldigung, nein, ich wollte eine Gegenrede zu diesem Menschen machen. Okay, dann lasse ich das zu. Also dieser Mensch hat gesagt, man könnte ja dann trotzdem beauftragen, nur vergisst man dabei, dass es sich um Menschen handelt und dass diese ihre Funktion natürlich nutzen wollen und nicht dann noch an Beauftragungen vergeben. Zweitens ist eben auch genau diese Außenwirkung, die Arne angesprochen hat, gerade das Problem, wie man jetzt an Johannes Ponada sieht, der eben diese Funktion auch sehr ausgiebig nutzt, obwohl eigentlich der Vorstand eben keine inhaltliche Gestaltung haben. Und dann wollte ich eigentlich noch was Drittes sagen, das habe ich vergessen. Danke. Danke, ich bitte um Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Ich stelle fest, es war keine Wiederholung. Ich entschuldige mich beim Redner. Der nächste Redner, bitte. Ich hoffe, dass mir das Gleiche passiert. Ich war dreimal im Landesvorstand schon, immer als Beisitzer. Wir hatten da viele Beisitzer und ich würde mir von einer Regelung versprechen, wie hier, dass die Leute, die sich für diese Position wählen, diese mit mehr Verantwortung ausfüllen, als wenn sie nur Beisitzer sind und dann dazu gemacht werden. Ein Beisitzer, habe ich festgestellt, bricht sehr gerne mal weg. Und meine Hoffnung ist, wenn ich jetzt hier gezielt mich auf so einen Posten bewerbe, ich das auch gezielt ausfüllen kann und eine größere Verpflichtung habe, wenn ich mich nur nebenher so als Nebensitzervorstand, in Anführungsstrichen, ohne das mindern zu wollen, hinstelle. Als ebenfalls schon mal im Landesvorstand Tätiger und auch generell in Vorstandsämtern, mal eine Frage an meine ganzen Mitkollegen, die schon vor Anstand waren. Hätte es etwas gebracht von vorne? Entschuldigung. Aber du kannst jetzt leider nicht deine ganzen Kollegen befragen. Bitte sag etwas zu dem Satzungsänderungsantrag oder verlasse das Mikrofon. Dann sage ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass diese Vorgaben von neuen Titeln nichts gebracht hätten oder auch in der Vergangenheit nichts gebracht haben, wenn wir irgendwas in dieser Art gemacht haben. Ich finde den Vorschlag von Arne sehr gut, dass das über die GO gemacht wird. Okay, vielen Dank. Damit ist die Aussprache abgehandelt. Applaus bitte. Soll ja nicht heißen, dass ich Applaus unterdrücke. Möchtest du noch ein abschließendes Statement geben als Antragsteller? Nein. Gut. Kannst trotzdem stehen bleiben, weil du sagst jetzt noch mal, was wir genau abstimmen, damit sich das jeder noch mal vergegenwärtigt. Wir stimmen jetzt darüber ab, ob der Paragraf 14 Absatz 1 überhaupt verändert wird, sprich, ob sich die Zusammensetzung des Vorstandes ändern soll oder nicht. Also, okay, gibt es irgendjemanden, der der Auffassung ist, sich nicht im Klaren über den Gegenstand der Abstimmung zu sein? Gut, dann können wir abstimmen, wer ist dafür, dass die Zusammensetzung des Vorstandes wie vorgetragen geändert werden kann? Danke, wer ist dagegen? Sprich, soll bei allem beim Alten bleiben? Das ist die Minderheit. Damit können wir den modularen Antrag behandeln. Gut. Entschuldigung, hier ist leichtes Murren im Saal. Gibt es irgendjemanden, der der Auffassung ist, dass die Art und Weise der Abstimmung unklar war und wiederholt werden soll? Das ist nicht der Fall, dann ist diese Abstimmung in Ordnung. So, und jetzt kannst du fortfahren. Bitte schön. Ja, also, ich werde jetzt einen Haufen Fragen stellen, die im Normalfall eigentlich immer mit Ja oder mit Nein beantwortet werden können. Daraus ergibt sich dann halt schlussendlich der Antrag. Der existiert dann in dem Moment natürlich noch nicht, sondern muss dann noch zusammengeschrieben werden. Sprich, am Ende von dem Ganzen müssen wir eine kurze Pause machen. Ich schreibe den einmal auf, wir stellen den nochmal in seiner Gänze vor und dann wird nochmal einmal darüber abgestimmt, ob der so richtig verstanden wurde und so angenommen wird. Ist das soweit klar? Kurzes Murren? Ja. Eine kleine Empfehlung an dich, stelle die umgekehrte Frage. Frag, ob es jemanden gibt, dem es... Das bezieht sich jetzt auf, was ich gesagt hatte, oder? Ja, genau. Also, wir waren bei dem Punkt, ob es eine Kann- oder eine Muss-Option ist. Also, kann ein zweiter, ein stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand bestellt werden oder nicht? Darum geht es jetzt. Es muss. Wir haben ein Parteigesetz. Im Parteigesetz sind drei Positionen fest terminiert vom Vorstand. Die sind definiert. Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Schatzmeister. Kein Kann, Sollen, Muss. Ist so. Alles andere können wir uns frei auslegen. Es muss nur einen stellvertretenden Vorsitzenden geben. Das heißt, der Generalsekretär könnte zum Beispiel auch stellvertretender Vorsitzender sein. Das ist zum Beispiel, ich glaube, in Sachsen so. Also, das war nicht ganz richtig. Es muss drei Personen geben. Es muss einen Vorsitzenden geben. Es muss einen Schatzmeister geben. Das ist nach Paragraf 11 des Parteiengesetzes so. Die dritte Person kann sonst wer sein. Der Schatzmeister oder diese dritte Person muss dann der Stellvertreter, muss als Stellvertreter auch bestimmt werden. Das ist die einzige Festlegung, die es gibt. Es muss keinen expliziten geben. Sind deine Bedenken damit ausgeräumt? Wie gesagt, es gibt zwei Landesvorstände, die so arbeiten, die ihre Gensex als Stellvertreter benutzen. Okay, die Gesetzesregelung wird noch gelesen. In der Zwischenzeit behandle ich hier auf der rechten Seite eine Wortmeldung. Also, liebe Leute, nach einem Jahr ständiger Anfechtung und juristischer Wadenbeißerei würde ich euch sehr empfehlen, jetzt hier nicht einen Fail einzubauen, wo wir uns dann nächste Woche gleich vom Schiedsgericht wiedersehen. Lasst uns bitte den stellvertretenden Vorsitzenden beibehalten. Alles andere geht in die Hose. Danke. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, der Jason hat das Wort. Ich kann zumindest gerade beim Nachlesen keine Notwendigkeit für einen stellvertretenden Vorsitzenden finden. Aber ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt. Was siehst du gerade da? Ja, das... Das deutsche Parteiengesetz. In der Kommentierung war es so klar. Ja, das mit dem Stellvertreter ergibt sich aus dem Paragrafen 26 folgende des Bürgerlichen Gesetzbuches, das Vereinsrecht betreffend, und hat mit dem Parteiengesetz nichts zu tun. Okay. Wir könnten also, nachdem die Aussprache beendet ist, zur Abstimmung kommen, oder? Jan, wolltest du dich noch zu Wort melden? Nee, Herr Rennen. Alles klar. So. Dann stell mal bitte den Punkt vor, den wir abstimmen wollen. Herr Antragsteller. Sorry. Also, folgendes. Wenn ihr durch Zwischenrufe den Antragsteller ablenkt, dass er nicht mehr auf mich achtet, dann muss ich sagen, läuft dir was verkehrt. Bei Wortmeldungen solltet ihr, damit alle sie verstehen können, vom Saalmikrofon aus tätigen. Und darum würde ich euch gerne bitten. Dankeschön. Also, die... Darf ich noch ein schnelles Parteiengesetz vorlesen? Nein, darfst du nicht. Das ganze Parteiengesetz vorzulesen dauert echt lange. Ich will auch nur den Paragrafen 11, Absatz 1 vorlesen. Okay, einen Absatz, das geht. Paragraf 11, Absatz 1. Der Vorstand wird mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt. Er muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen. Punkt. Das BGB ist damit außer Kraft gesetzt, weil das Parteiengesetz eine eigene Regelung trifft. Soweit der Nutella-Berliner seines Zeichens Jurist die Aussprache. Zu dem Thema ist damit abgeschlossen. Jetzt stellst du bitte vor, was wir abstimmen wollen. Soll die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden optional sein? Wenn ihr jetzt für Ja stimmt, ist es eine Kann-Option. Es kann einen Stellvertreter geben. Wenn ihr mit Nein stimmt, muss es einen Stellvertreter geben. Okay, gibt es jemanden, der glaubt, das nicht verstanden zu haben? Unsicherheiten diesbezüglich? Okay. Wer sagt, der stellvertretende Vorsitzende soll optional sein? Der hebt bitte jetzt die Stimmkarte. Danke. Wer sagt, den muss es geben, der hebt bitte jetzt die Stimmkarte. Das ist die Mehrheit bei sehr wenigen Gegenstimmen. Damit können wir zum nächsten Punkt fortfahren. Danke. Jetzt geht es um Generalsekretär, politischen Geschäftsführer und stellvertretenden Schatzmeister. Dazu haben wir ja schon einiges gehört. Das heißt, wir gehen jetzt einfach dazu über, dass ich die einzelnen Funktionen abfrage. Soll es im Vorstand einen Funktionsträger namens Generalsekretär geben? So, wer dafür ist, dass es einen Generalsekretär gibt, bitte jetzt die Stimmkarte. Bitte deutlich zeigen, das ist wichtig. Und bitte schnell aufzeigen. Danke. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Das ist die Minderheit. Also soll es einen Gänseck geben. Nächster Punkt. Soll diese Position optional sein? Stopp. Geo-Antrag auf Auszählung? Okay. Einen Moment bitte. Gladster Punkt. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir machen die Abstimmung nochmal, weil das hat der Versammlungsseiter falsch gesehen. Dann hebt bitte jetzt mal kurz die Stimmkarte. Danke. Wenn ihr sagt, nö, passt schon, das hat der Versammlungsseiter richtig gesehen. Nein, das müssen wir nicht auszählen, das sieht deutlich nach mehr aus. Meinert. Danke. Also besteht auch seitens des GO-Antragstellers offensichtlich kein weiterer Auszählungsbedarf. Dankeschön. Dann können wir mit dem nächsten Punkt fortfahren. Soll die Position eines Generalsekretärs optional sein? Ja, es kann einen geben. Nein, es muss einen geben. So, dann Arne, du hast das Wort. Ich habe eine Frage dazu. Ich hätte gerne eine Klärung. Wie würde das in der Praxis funktionieren? Das heißt, wir stimmen vorher ab, wir wählen dieses Jahr einen, wir wählen dieses Jahr keinen. Oder es hat keiner die 50 Prozent, es gibt keinen. Oder was wäre die praktische Anwendung da? Die praktische Anwendung ist, es kann einen Generalsekretär geben, bedeutet, dass wenn wir Kandidaten haben und die 50 Prozent bekommen, sind die gewählt. Haben wir da drinstehen, es muss einen Generalsekretär geben und niemand stellt sich zur Wahl, haben wir ein Problem. Stellt sich jemand zur Wahl, aber er bekommt keine 50 Prozent, was machen wir dann? Deshalb die Option einer Kann-Lösung. Kleinen Augenblick, wir unterbrechen mal die Versammlung für eine halbe Minute, damit die Versammlungsleitung und das Protokoll sich kurz besprechen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mich gerade beim Protokoll vergewissert, dass alles in Ordnung ist. Wir bekommen gleich noch die Ergebnisse der Abstimmung auf den BIMA. Ich würde euch auch bitten, mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Liebe Versammlungen, es ist jetzt irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt für Privatgespräche. Ich glaube, ich möchte es bevorzugen, dass ihr dem Redner aufmerksam gebt und nicht euren Tischnachbarn. Dankeschön. GO-Antrag. Also es ist kein richtiger GO-Antrag, weil ich natürlich die Geschäftsordnung... Nein, bitte geh vom Mikrofon. Ich gehe zur Tina, die hilft dir dabei, das ordentlich zu formulieren und dann helfen wir dir weiter. Peter, du kannst fortfahren mit dem nächsten abzustimmenden Punkt. Wo waren wir? Soll die Position des Generalsekretärs optional sein? Sprich, wenn wir Kandidaten haben und die kriegen die Mehrheit, haben wir einen? Nein, wenn wir es haben müssen, also nein, haben wir dann ein Problem, wenn wir keine Kandidaten mit entsprechender Mehrheit haben. Also soll es optional sein? Ja, ihr habt es gehört. Abstimmung. Wer ist dafür, dass der Generalsekretär ein optional zu besetzen des Amts ist? Danke. Wer ist dafür, dass dieses Amt vorhanden sein muss? Das ist die Minderheit. Danke. Also der Generalsekretär, ja optional. Nächster Punkt, bitte. Soll es im Vorstand einen Funktionsträger namens politischer Geschäftsführer geben? Es tut mir leid, ich habe die Frage, nee, den Abschnitt akustisch nicht verstanden, sagt er nochmal. Soll es im Vorstand einen Funktionsträger namens politischer Geschäftsführer geben? Ihr habt es gehört. Wer ist dafür, dass es Polgev gibt, der hebt bitte die Karte. Danke. Wer ist dagegen? Das ist die Mehrheit, dann kein Polgev. Nächster Punkt, bitte. Soll es im Vorstand einen stellvertretenden Schatzmeister geben? Wer dafür ist, seht bitte die Stimmkarte. Ja, es soll einen stellvertretenden Schatzmeister geben. Danke. Das ist, also nochmal zur Erklärung. Es geht darum, ob das ein extra Amt im Vorstand ist. Also das ist eine stimmberechtigte Person. Das kann auch als Beauftragung erledigt werden oder ein Beisitzer macht das. Also es ist nicht plötzlich so, dass wenn wir nur einen Schatzmeister haben, dass die Welt untergeht, wenn der mal krank ist. Sondern es kann auch andere Personen geben, die das machen. Wir brauchen also das nicht als Amt verpflichtend. Ihr sollt jetzt entscheiden, ob wir das wirklich als stimmfähiges Amt innerhalb des Vorstandes brauchen. Gut, dann wiederholen wir jetzt die Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir einen stellvertretenden Schatzmeister haben? Bitte deutlich anzeigen, schnell die Karten heben. Danke. Wer ist dagegen? Das ist knapp die Minderheit. Also ja, wir wollen den stellvertretenden Schatzmeister. Bitte den nächsten Punkt. Soll der auch optional sein? Ihr habt es gehört. Ja, soll der optional sein? Wenn ja, dann bitte jetzt die Stimmkarte heben. Danke. Gegenprobe. Ja, der soll optional sein. Vielen Dank. Nächster Punkt bitte. So, jetzt geht es um die Personen mit mehr oder weniger festen Aufgabenbereichen, die halt in den anderen Anträgen genannt wurden. Diese Funktionen können sein, zum Beispiel Außendarstellung, also Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Dokumentation, Technik, Wahlkampfkoordination, etc. pp. Ja, die Frage ist jetzt erstmal, wollt ihr noch weitere feste Funktionsträger im Vorstand haben oder habt ihr damit genugt und wollt des Weiteren nur noch möglicherweise Beisitze haben? Okay, ihr habt es gehört. Also, da gibt es eine Verständnisfrage. Sekunde, dann stellen wir die Verständnisfrage. Moment, ich gebe dir Mikro. Heißt das als extra zu wählendes Amt oder als Beauftragung, zum Beispiel als Beisitzer, der dann vom Landesvorstand zwingend beauftragt wird, sich um diesen und diesen Themenbereich zu kümmern? Es geht um ein Amt. Es geht bei dem ganzen Ding hier um Amtsträger innerhalb des Vorstandes. Es geht niemals um eine Beauftragung. Arne, du hast das Wort. Ja, ich habe einen Wortbeitrag. Ich gebe zu, dass das mit dem Presseteam sehr gut gelaufen ist. Trotzdem möchte ich einen Pressesprecher haben, der Mitglied des Vorstandes ist. Deswegen bin ich also ganz klar für mindestens ein weiteres Amt. Dankeschön. So, dann können wir zur Abstimmung kommen. Die Abstimmung wird lauten, ich sage das nochmal kurz an. Dann, die erste Abfrage wird sein, ja, wir wollen weitere Ämter. Die Gegenprobe wird sein, nein, wir wollen nur Beisitzer. Gibt es jemand, der glaubt, das nicht so weit verstanden zu haben? Erklär. Geh bitte mal zum Saalmikrofon. Nein, laut rumschreien ist nicht. Man benutze bitte das Saalmikrofon. Auch der Stream möchte wissen, worum es hier geht. Dankeschön. Ja, also meine Frage ist, war das vorher bekannt, wann ihr den Cut macht? Oder hast du dir das jetzt so ausgedacht, hast du gesagt, jetzt kommen die unwichtigeren Ämter. Also ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, welche Ämter jetzt im Nachhinein noch kommen würden, als dass ich da jetzt darüber entscheiden könnte, ob ich das will oder nicht. Dann hast du dich nicht vorbereitet. Also du willst mir sagen, dass... Nein, ich weiß, ich kann einfach mal vorlesen, welche weiteren Ämter noch vorkommen könnten. Das wäre sehr freundlich. Das wäre toll. Das tue ich doch gerne. Also es könnte geben, einen dritten Vorsitzenden, beziehungsweise in diesem Fall einen zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Der würde sich um die Außendarstellung kümmern. Um die Außendarstellung kümmern, sprich also er wäre dann die Person, die sich halt um Pressearbeit, um Öffentlichkeitsarbeit kümmert und so weiter. Das ersetzt keinen Pressesprecher oder Pressesprecherin, sondern ist die Person im Vorstand, die halt mit dem Pressesprecher und zum Beispiel einer AG Öffentlichkeitsarbeit oder sonstigen nach außen gerichteten AGs zusammenarbeiten würde. Dann gibt es einen Schriftführer. Ein Schriftführer wäre jemand, der sich halt um Protokolle, Beschlüsse kümmert, die Wikipflege, allgemeine Dokumentation, das alles immer auf dem aktuellen Stand hält. Es gibt einen Wahlkampfsekretär. Diese Funktion wurde nicht näher beschrieben, aber das geht wohl um die Wahlkampfkoordination. Es gibt einen Regionalsekretär, der wohl für die Vernetzung und Kommunikation mit den Gliederungen zuständig sein soll. Es gibt die Option eines Pressesekretärs. Also ja, ob es jetzt zusätzlich zu dem Pressesekretär jetzt noch einen Pressesprecher geben soll oder nicht, wurde nicht geklärt in diesem Antrag. Und es soll die Möglichkeit eines Techniksekretärs geben, der sich offensichtlich um alle technischen Angelegenheiten des Landesverbandes kümmert. Ist die Frage damit hinreichend beantwortet? Es ist mir hier vorne auf der rechten Seite deutlich zu unruhig. Wenn ich mich gleich in diese Richtung umdrehe und da jemanden noch beim Quatschen sehe, gibt es Zwangspausen. Oh, guck mal, wie schnell da Ruhe einkehren kann. So, du hast noch eine Gegenfrage. Nur noch mal nachgehakt, wie viele Personen sind das jetzt, die dann per Posten dort gemacht werden könnten? Es könnten noch gemacht werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ihr müsst ja nicht alle annehmen. Er sagte, es könnte. Ich verstehe dich richtig. Das ist eine Sache, die die Versammlung abzustimmen hätte. Es geht darum, ob zumindest eine dieser Funktionen noch interessant ist für die Versammlung. Oder ob Sie sagen, nee, wir wollen keinen von den sechs haben. Okay, dann bitte der nächste Redner. Also zunächst mal ein Wortbeitrag. Mir kommt es vor, als würden hier Anträge gestellt werden, dass der Parteitag praktisch den Geschäftsverteilungsplan des Vorstandes in Urwahl herstellt. Das halte ich für ziemlich bekloppt. Der Vorstand müsste eigentlich höchstens mal den Auftrag bekommen. Folgende Funktionen müssen da sein und ihr teilt euch die bitte auf. Das wäre mein Vorschlag. Dieses ewige Wählerei halte ich für nicht zielführend. Ja, mehr davon oder anderenfalls die Gegenprobe wird sein. Nein, nur noch Beisitzer. Jetzt kommt die Abstimmung. Wer sagt ja, weitere Ämter, bitte jetzt aufzeigen. Ja, er greift noch schnell nach der Stimmkarte. Okay, so, danke, Gegenprobe. Wer sagt, nee, nur noch Beisitzer. Das ist die Mehrheit, nur noch Beisitzer. Vielen Dank. Gut. So, nächste Abstimmungspunkt, nee, warte, bevor du das nächste vorträgst, damit hier die Unruhe im Saal endlich mal ein Ende nimmt. Ja, dieses Internet namens Twitter hat uns gemeldet, dass die gute Frau ohne Doktor, Abiturientin Schawan von ihrem Amt als Minister der Bundesrepublik Deutschland zurückgetreten ist. Ich hätte ja auch sagen können, unbestätigten Meldungen zufolge. Also schlag mich nicht, wenn das hinterher nicht stimmt, der Nutella-Berliner hat mir einen Zettel gegeben. Ach so, im Internet hat das gestanden, dann muss es ja stimmen. Entschuldigung. So, ist es jetzt gut? Dann können wir weitermachen. Bitteschön. Die Frage ist, soll es im Vorstand Beisitzer geben können? Ja oder nein? Ihr habt es gehört. Wer für ja ist, hebt bitte jetzt die Stimmkarte. Danke. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Das ist mit sehr wenigen Gegenstimmen angenommen. Die nächste Frage, sollen Beisitzer... Stopp mal kurz, warte. Hast du mitgekriegt? Das BIMA-Team hat es gerade nicht mitbekommen. Sag es bitte noch mal kurz für das BIMA-Team. Es soll Beisitzer geben können. Ja. Nein, da steht nur noch Beisitzer. Es geht darum, ob es Beisitzer geben kann. Also, effektiv hat er es eigentlich schon geschrieben. Alles klar. Gut, dann darf es sofort fahren. Sollen Beisitzer optional sein? Nein würde bedeuten, es muss mindestens einen geben. Es muss. Okay. Okay. Gibt jemand noch Verständnisfragen? Nicht? Da kann man das abstimmen. Ihr habt es gehört. Sollen Beisitzer optional sein? Danke. Gegenprobe. Danke. Die Mehrheit sagt, es muss mindestens einen Beisitzer geben. Dankeschön. Nächster Punkt. Soll es eine höhere Mindestanzahl als eins geben? Nächste Frage ist, soll es eine höhere Mindestzahl als eins geben? Wer sagt ja? Mehr als einer soll das Minimum sein. Danke. Gegenprobe. Danke. Demnach, einer reicht nicht. Dann erzähl. Ja. Wie viel sollen es denn mindestens sein? Zwei? Moment. Augenblick. Das können wir anders. Wie viel hast du zur Auswahl? Na, wir müssen jetzt hochfahren. Wir müssen halt abfragen, wie viel mindestens die Leute haben wollen. Zwei, drei, vier. Okay, warte. Das können wir anders klären. Also, ich darf mal um Aufmerksamkeit bitten. Wer der Meinung ist, der Versammlungsleiter darf nicht um Aufmerksamkeit bitten, soll mal eben seine Stimmkarte heben. Ist klar. Also, haltet die Karte mal oben, damit ich euch der Reihe nach aus dem Saal schmeißen kann. Okay, Spaß beiseite. Wir müssen jetzt eine Methode rausfinden, um ohne jetzt irgendwie 17 Abstimmungen durchzuführen, die Anzahl der Beisitzer zu ermitteln. Gibt es dazu Vorschläge im Saal? Sehr schön. Dann gehen wir hinten ans Redner-Mikro, da steht praktischerweise schon jemand und ich erteile dem ersten Redner am Saal-Mikrofon das Wort. Meine Frage ist, müssen wir das denn überhaupt begrenzen oder können wir das eben in der Wahl entscheiden, wie viel Beisitzer wir haben wollen? Das wäre eine der nächsten Fragen gewesen, ob es überhaupt eine Maximalgrenze geben soll. Ja, dann hätte ich die doch zum Anfang gestellt und nicht erstmal hochdekliniert, 1, 2, 3, 4, 5. Dann hätte ich es doch gleich mal gestellt. Es geht hierbei um die Mindestanzahl. Entschuldigung, nur die Ruhe. Wirst du später in dem Zeitraum auch noch nach einer Höchstanzahl fragen? Ja. Okay. Ich möchte davor warnen, eine Mindestanzahl an Beisitzern festzusehen, weil wir ansonsten in dasselbe Deadlock laufen könnten, wie bei gewissen Aufstellungsversammlungen. Der eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern. Danke. Ja, Nienburg. Meiner Ansicht nach hat die praktische Erfahrung gezeigt, dass ein Vorstand, der aus 5 Leuten besteht, etwas klein ist. Ein Vorstand, der aus 11 Leuten besteht, etwas groß. Das heißt, günstigerweise sollte sich, meiner Ansicht nach, die Zahl der Gesamtvorstandsmitglieder irgendwo zwischen 7 und 9 bewegen, was wir in diesem Fall sicherstellen können, wenn wir vier Beisitzer haben. Und deswegen bin ich der Ansicht, wir sollten einfach die vier abstimmen und glaube, dass die Zahl eine vernünftige Mehrheit kriegen wird. Arne, habe ich das gerade richtig interpretiert? Du willst ein Meinungsbild darüber haben, ob die Versammlung zwei bis vier Beisitzer akzeptieren will? Das ist vier. Genau vier. Okay, darf ich das als Meinungsbild verstehen? Gerne. Okay. Der Arne hätte gerne als Meinungsbild, ob die Versammlung damit einverstanden wäre, genau vier Beisitzer wählen zu lassen. Wer sagt ja? Gegenprobe. Wer sagt nein? Also die meisten sagen, genau vier läuft nicht. So, bevor ihr weiterredet, gibt es daraus irgendwelche Schlussfolgerungen? Naja, wir haben gerade abgestimmt, dass wir mehr als einen Mindest, Mindest, mehr, Moment. Wir wollen eine höhere Mindestanzahl als einen Beisitzer. Das heißt, wir sind bei jetzt mindestens zwei Beisitzer. Später kommt die Höchstzahl. Das ist klar. Also ich frage nach Mindest und Höchst. Das ist der Punkt, um den es jetzt gerade geht. Wir müssen also als nächstes festlegen, wie viele Mindestens Beisitzer sein sollen und wie viele Höchstens Beisitzer sein sollen. Ich unterbreche mal kurz die Versammlung für eine Minute. Schönen Dank. Ich darf um Aufmerksamkeit bitten. Der Antragsteller hat mir mitgeteilt, dass er einen neuen Vorschlag zu unterbreiten hat. Ich würde die Rednerliste bitten, mir mal zuzuhören. Hallo. Ihr an der Rednerliste. Pro forma müsste ich euch jetzt allen der Reihe nach das Wort erteilen, bevor ich den neuen Vorschlag dran nehmen kann. Wenn ihr dann natürlich entscheiden würdet, ne, ich setze mich lieber hin, weil ich vermute, dass gleich ein vernünftiger Vorschlag vom Antragsteller kommt, könnten wir eventuell der Versammlung viel Zeit ersparen. Hint, hint. Ich bleibe hier stehen. Ich stelle die Frage zurück. Ist klar. Dirk, dann bist du jetzt dran. Ich werde mich auch kurz fassen. Die Grundidee unserer bisherigen Vorstandswahlen ist, dass wir die Leute wählen, die eine Mehrheit finden. Und das können eins, zwei oder viele sein. Wir müssen also auf jeden Fall eine Höchstgrenze vorlegen. Wir sollten uns aber nicht dem Zwang aussetzen, dass hier eine bestimmte Anzahl Menschen halt eine Mehrheit finden muss. Deswegen denke ich, ist schon der Punkt, dass wir sagen, es muss mehr als einen geben, schwierig. Ich persönlich halte diesen Ansatz, die Leute, die eine Mehrheit haben, zu wählen, für besser oder eigentlich für optimal, für das Beste, was man machen kann. Und das würde durch solche Regelungen unterlaufen. Deswegen lehne ich die allesamt ab. Also unabhängig davon, dass ich das richtig finde, was Dirk gesagt hat, war doch die Frage, wie kriegen wir raus, wie viel wir jetzt maximal haben wollen. Das war die eigentliche Frage, warum wir hier eine Räderschlange haben. Und da wäre es halt die Idee, wenn es jetzt schon mehr wie einer mindestens sein muss, dass wir alle die Karte heben, die zwei haben wollen. Und solange die Karten runternehmen, während einer hochzählt, bis die Mehrheit nicht mehr da ist, wäre das eine Möglichkeit. Das wäre in der Tat eine Möglichkeit, aber bevor wir das weiter diskutieren, muss ich erst einmal die Tina fragen, ob wir einen GEO-Antrag da vorliegen haben. Die Formulierung ist noch schwierig. Okay. Dann kurze Frage an den Antragsteller. Würdest du den Vorschlag vom Jürgen für praktikabel halten? Ja. Okay. Meinert. Ja, also wir haben letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert, entschieden, es sollen ganz viele Beisitzer sein. Dann waren die Wahlen und dann haben gar nicht alle die Mehrheit bekommen. Ich halte also eine Anzahl festzulegen für völlig illusorisch. Wir sollten, wenn es fünf Kandidaten gibt, die wählen, die eine Mehrheit haben und fertig. Und wenn zehn Kandidaten da sind und alle haben eine Mehrheit, dann sind das eben die Beisitzer. Und zwar Arbeit gibt es genug, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass große Vorstände auf die Weise sowieso nicht zustande kommen. Also ich habe da das Vertrauen immer in den Parteitag. Okay, dann haben wir einen GEO-Antrag. Ich möchte gerne ein Meinungsbild haben, ob ihr diesem Kompromisspapier, was jetzt hier gerade am Gären ist, tendenziell zustimmen würdet oder nicht? Hintergrund ist die Satzungsänderung mit zwei Drittel mehr. Reicht. Der GEO-Antrag ist gestellt. Kurze Meinungsabfrage. Wer sagt, ja, tendenziell würde ich dem zustimmen können? Danke. Gegenprobe. Knapp mehr Ja, würde ich mal für den Stream sagen. Der Antragsteller hat das sicher auch gesehen. Danke. So, dann haben wir noch zwei Leute in der Rednerliste. Übrigens gibt es noch irgendjemand sonst, der in der Rednerliste sein möchte. Wenn ja, begebt euch schnell dahin. Ich ahne nämlich, dass sonst sehr bald jemand einen Antrag auf Schließung der Rednerliste stellen wird. Schon geschehen. Arne bewegt sich noch zur Rednerliste. Danke. Da, du läufst dran vorbei. Okay, dann ist mit Arne die Rednerliste geschlossen. Vielen Dank. Der nächste. Nur mal so zur Überlegung. Vielleicht könnte man das Pferd auch noch ein bisschen anders aufzäumen, indem man von einer Mindestvorstandsgröße des Vorstands spricht. Weil wir haben ja zur Zeit ziemlich viele optionale neue Positionen, die dazukommen. Also Gensek, stellvertretender Schatzmeister. Und was war das noch? Das war es. Nee, das war es schon. Okay. Das könnte man sich nochmal überlegen, ob man da eine Mindestgröße des Vorstands definiert. die sich dann in einer Reihenfolge zusammensetzt nach Gewicht. Das heißt, wenn der Gensek, was habe ich denn gerade für einen Scheiß gesagt? Gewichtet. Gewichtet. So, alles klar. Also Vorstellung ist... Ich teile dem Redner mit, dass du gerade den Arne zum sicheren Sieger erklärt hast. Okay, also wie gesagt, nur eine Überlegung könnte man abstimmen, dass man sagt, okay, der Vorstand besteht mindestens aus sieben, neun, wie auch immer. Und dass man dann halt nach unten gewichtet. Den Gensek haben wir optional und den stellvertretenden Schatzmeister haben wir optional. Dass wir sagen, okay, wenn der gewählt ist, dann ist der gewählt und wird dann natürlich zu Ungunsten der Beisitzerposten gewählt. Dass wir dann so eine Flexibilität halt drin haben. Dass halt quasi die Beisitzer quasi die Mindestanzahl des Vorstandes auffüllen. Nur so als Überlegung. Ich möchte doch einfach darum bitten, jetzt hier weiterzumachen. Weil wir haben uns doch schon entschieden, welches Verfahren wir jetzt nutzen. Wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, welches Verfahren wir jetzt nutzen, um die maximale oder minimale Anzahl zu bestimmen. Die Tagungsleitung fragt einfach die einzelnen Positionen ab. Warum haben wir jetzt mittendrin aufgehört und angefangen, die wir schon zu diskutieren? Das ist völlig sinnlos. Wir brauchen doch nur fünf Zahlen abzufragen. Darauf kann ich hier eine Antwort geben. Warum? Weil Leute am Mikrofon stehen und ich deren Wortbeiträge behandeln muss. Deswegen, ich kann ja auch nicht einfach so darüber hinweggehen und sagen, nein, interessiert mich nicht. Es ist so, ich muss die Rednerliste behandeln. Deswegen sind wir jetzt hier beschäftigt. Arme, bitte schön. Ich wollte eben irgendwie mal auf die schnelle Lösung anbieten. Der konnte ja nicht so folgen. Deswegen möchte ich jetzt kurz die Probleme im Einzelnen aufzeigen. Also es hat sich meiner Ansicht nach herausgestellt, dass ein Elfervorstand zu groß ist. Die Diskussionen in den Vorstandssitzungen werden zu lang. Es gibt eine gewisse Unverbindlichkeit. Das heißt also, wenn jemand sich mal eben so verdrückt, dann ist das ja eigentlich gar nicht so tragisch. Und deswegen schafft man im Elfervorstand auch nicht mehr Arbeit, als mit dem Sieben- oder Neunervorstand. Meiner Ansicht nach hat sich aber auch gezeigt, dass fünf Leute im Vorstand etwas zu wenig sind, wie der aktuelle Vorstand ist. So, das Problem ist, wenn wir jetzt, das nächste Problem ist, wenn wir jetzt eine Anzahl von Beisitzern festlegen, genau das, was Roman gesagt hat, was wir bräuchten, ist ja eigentlich eher eine Gesamtgröße, weil die Gesamtgröße des Vorstands sonst davon abhängt, ob wir einen Gänseck haben oder nicht, das scheint mir relativ uncool. Das sind die Probleme, die ich hier an diesem Vorgehen sehe und damit schließe ich dann. Danke, Herr Hane. Ich störe euer Kaffeekränzchen da vorne links ja echt ungerne, aber ihr seid echt laut. Und ich neige im Moment dazu, das zu unterbinden. Wie schnell man doch Ruhe erzielen kann. Herr Antragsteller, wie soll man weiter fortfahren? Ja, also ich höre raus, dass da die Idee ist, dass wir die Gesamtgröße des Vorstandes begrenzen. Mal ein Meinungsbild. Würdet ihr gerne darüber abstimmen, ob wir von einer Gesamtgröße ausgehen, bei der Bestimmung der Menge der Beisitzer? Also, ihr habt gehört, das Meinungsbild ist abgefragt. Es wollte eine Gesamtgröße des Vorstandes abstimmen. Also, die muss nicht fest sein. Es kann natürlich immer noch variabel sein, zum Beispiel zwischen fünf und sieben. Aber wollt ihr das an der Gesamtgröße des Vorstandes festmachen? Es geht jetzt darum, ob einfach nur ein Wert für den Vorstand festgelegt wird und jetzt nicht ein Wert für die Beisitzer festgelegt werden sollen. Von der Logik her. Wir haben jetzt drei Personen, die fest im Vorstand sind. Erster Vorsitzender oder Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister. Wir haben zwei Personen, die optional sind. Stellvertretender Schatzmeister und Generalsekretär. Das heißt, wir haben jetzt drei plus möglicherweise zwei. Die Frage ist, ob wir jetzt eine Gesamtgröße des Vorstandes haben wollen. Dass wir zum Beispiel sagen, fünf oder sieben. Oder zwischen fünf und sieben. Weil das würde dann automatisch die Gesamtzahl der Beisitzer beschränken, die wir wählen können. Sprich, es würde kein Genseck und kein Schatzmeister gewählt. Dann würden wir halt immer noch mindestens fünf oder mindestens sieben Leute haben können. Das heißt, es kann dann durch Beisitzer aufgefüllt werden. Das wäre die Frage. Ja, ihr dürft ruhig applaudieren. Das ist nicht verboten. Es schien mir hier eben so ein bisschen Zustimmung im Saal zu sein. Ihr habt das Meinungsbild gehört. Wir wählen jetzt alle mal die Stimmkarte, wenn wir sagen, ja, das wollen wir so. Das ist mir ein bisschen träge. Danke, Gegenprobe. Das sind noch weniger. Beim Meinungsbild gibt es keine Enthaltungen. Jetzt frag als nächstes noch, ob ich es auszählen will. Ja, ne, das hättest du gerne. Meinungsbilder auszählen, so weit kommt das noch. Es ist zwar Karneval, aber noch ein bisschen ernst müssen wir übrig bleiben. Gut, so, dann, was sagst du? Ja, war das jetzt eine Mehrheit oder nicht? War mehr ja als nein. Okay, also, die nächste Frage wäre, wollt ihr eine Mindest- oder eine Höchstmenge haben für den Vorstand? Das ist eine Oder-Frage, die kann man schwer beantworten. Wollt ihr eine... Es geht darum, ob ihr mindestens, also einen Wert von bis haben wollt. Ja oder nein? Wollt ihr einen Wert von bis haben? Oder fest? Es geht um den Unterschied zwischen einer variablen Anzahl und einer festen Anzahl. Ich danke dir. Gern geschehen. Ihr habt es gehört. Wir stimmen darüber ab. Wollt ihr eine variable Anzahl von x bis y oder wollt ihr eine feste Anzahl von genau so und so viele Mitglieder haben? Verstanden? Soweit stimmen wir ab. Wer ist es für eine variable Anzahl? Danke. Gegenprobe wäre es für eine feste Anzahl. Das ist klar die Minderheit. Ergebnis? Variable Anzahl. Gut. Ich würde mal sagen, da wir jetzt schon haben, es müssen mindestens zwei Beisitzer sein, sofern wir das jetzt akzeptieren, was da vorhin war. Das heißt, wir sollten ausgehen von sechs Leuten, die wir jetzt mindestens drin haben. Außer ihr wollt die Wahl bezüglich oder die Abstimmung bezüglich der Mindestanzahl der Beisitzer nochmal wiederholen. Das sehe ich also richtig, dass wir also bei mindestens sechs jetzt schon sind. Die Frage ist, dann frage ich einfach mal andersrum, was soll die Höchstzahl im Vorstand sein? Einfach mal. Sekunde. Bevor jetzt alle hier wild durcheinander schreien. Also, wenn jetzt hier nicht gleich die Rumschreierei aufhört, dann lege ich eine Zahl fest und die wird hässlich hoch sein. Ich könnte mir 4711 vorstellen oder so. Ah ne, so viele Mitglieder habt ihr gar nicht. Verdammt. Ich würde ganz einfach mal zwei Alternativen zur Wahl stellen. Ja, danke, ich entziehe dir jetzt erstmal das Wort. Der Nächste, der ungefragt ins Mikrofon spricht, hat eine Zwangspause. Der Vorschlag, den ich machen würde dem Antragsteller, ist, wenn hier mehrere Anzahlen zur Debatte stehen, könnten wir einen Vorschlag aufgreifen und darüber lassen wir gleich mal die Versammlung entscheiden, der eben am Saalmikrofon gemacht wurde. Wir zählen einfach die unterschiedlichen Zahlen hoch und die Leute, die einer bestimmten Zahl zustimmen können, halten ihre Stimmkarte hoch und wenn eine Zahl kommt, die sie für zu hoch halten, dann nehmen sie die Stimmkarte wieder runter und dann merken wir ja, wann die Zustimmung unterhalb der Hälfte fällt, was ja dann auch andeutet, dass diese Zahl für die Mehrheit zu groß ist. Gibt es gegen diesen Vorschlag Einwände? Ja, gibt es seitens des Antragstellers Einwände gegen den Vorschlag? Nicht. Gut, dann darfst du sprechen. Kein Einwand. Frage, geht es jetzt immer noch um die Anzahl der Beisitzer oder geht es um die Gesamtgröße des Vorstandes? Weil die Gesamtgröße des Vorstandes macht überhaupt keinen Sinn. Wir sind ja jetzt schon an der Stelle, die Größe der Beisitzer zu bestimmen und darüber die Größe des Gesamtvorstandes zu ermitteln. Wir brauchen also eigentlich einfach nur weitermachen, wo wir vor einer halben Stunde aufgehört haben. Nein, es geht tatsächlich um die maximale Gesamtgröße des Vorstandes erst mal. Warum auch immer. Okay, das ist der Wunsch des Antragstellers. Das ist nicht meine Sache, ihm vorzuschreiben, in welcher Reihenfolge er das macht. So, ihr habt es gehört. Bei welchem Wert soll ich anfangen? Bei sechs. Bei sechs. Also gut. Ihr müsst jetzt Geduld und Aufmerksamkeit aufbringen und das gilt für alle. Wir werden anfangen bei der Zahl von sechs Mitgliedern des Landesvorstandes als Mindestanzahl. Entschuldigung, ich habe mich verrechnet. Es müssten sieben sein. Es müssten sieben sein. Okay, ich fange nochmal von vorne. Bitte hebt noch nicht eure Stimmkarte. Wartet ab, bis ich euch dazu auffordere. Also, nochmal von vorne. Wir beginnen mit sieben Personen als Mindestanzahl von Personen im Landesvorstand. Diejenigen, die dem zustimmen können, heben dann die Karte und danach sage ich acht und dann gucke ich, ob noch genug Karten oben sind und ich mache so weiter, bis weniger als die Hälfte der Karten oben sind und dann höre ich damit auf. Habt ihr irgendjemand, der das nicht verstanden hat? Höhö, so viele Leute schon aufzeigen, es ist schlecht. Der nimmt die Karten runter. Jemand, der glaubt, das nicht verstanden zu haben, dann erzähl mal. Waren wir nicht bei maximal begrenzen jetzt? Ja, genau. Wir waren eigentlich bei, du hattest eben immer noch von minimal begrenzen. Oh, mein Fehler. Es geht natürlich um die Höchstzahl. Maximal, nicht minimal. War nur ein Versprecher. Tut mir leid, alles gut. Nicht so laut rumquatschen, sondern mehr Aufmerksamkeit, weil wir fangen jetzt an mit der Abstimmung. Okay, gut. Dann, wer ist der Meinung, dass wir höchstens sieben Leute im Landesvorstand haben sollen, der soll mal bitte jetzt seine Karte heben und sie oben halten. Da muss es schneller gehen, komm. Höchstens sieben. Okay, wer ist bei höchstens acht noch mit dabei? Wer sagt höchstens neun? Höchstens zehn. Das ist spontan eingebrochen unter die Hälfte. Damit hat höchstens neun die... Wir machen mal eine Gegenprobe. Wer sagt denn höchstens elf? Das sind noch weniger. Höchstens zwölf. Das sind noch weniger. Höchstens dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Okay, danke. Reicht mir. Gibt es irgendjemanden, der Meinung ist, dass mehr als 15 Leute im Vorstand sein... Ja, ja, gibt's. Gegenprobe. Wer sagt nein, da wo wir aufgehört haben, ist richtig? Das ist die deutliche Mehrheit. Damit ist das geklärt. Der Sicherheit halber. Werden wir jetzt mal abstimmen, ob die Mehrheit der Leute tatsächlich dafür ist, höchstens neun Leute im Landesvorstand zu haben. Das wäre super. Gut. Ihr habt es gehört. Wer ist dafür, dass wir höchstens neun Leute im Landesvorstand haben? Gegenprobe. Wer ist dagegen? Damit ist klar, die Mehrheit ist dafür, dass wir höchstens neun Leute im Landesvorstand haben. Dankeschön. Dann jetzt die Frage. Wir sind jetzt bei mindestens zwei Beisitzer. Sollen wir höhere Zahlen noch machen oder ist euch das genug an mindestens zwei Beisitzer? Also sind euch zwei Beisitzer, Mindestbeisitzer genug? Also die Frage ist, wir haben jetzt eine Anzahl von Ämtern, die auf jeden Fall gewählt werden müssen. Wir haben einige optionale Ämter und wir haben bisher mindestens zwei Beisitzer zu wählen. Außerdem wissen wir, der Vorstand wird höchstens neun Leute haben. Gibt es jemand, der eine weitere Präzisierung dieser Anzahlen wünscht? Gegenprobe. Sagt er, nee, passt, ist genug gut geregelt. Okay. Bei geringer Beteiligung eine dennoch deutliche Mehrheit, die sagt, die bisherige Regelung genügt. Alles klar soweit? Ja, also mindestens zwei Beisitzer. Genau. Ja, das ist korrekt. Ich habe gerade die Frage bekommen. Wir haben, ja. Möglich wäre es, genau. Aber das kann ich auch anders formulieren. Genau. Okay, dann kannst du fortfahren mit dem Modul. Das erledigt sich dieser Punkt. Sollen die Tätigkeitsbereiche der Funktionsträger, also in diesem Falle Gensek und stellvertretender Schatzmeister, explizit in der Satzung erwähnt werden oder nicht? Ihr habt es gehört. Wer sagt dazu, ja? Es gibt einen Formulierungsvorschlag, ja. Danke. Gegenprobe. Wer sagt, nein? Okay, stopp. Wir streichen das Ergebnis der Abstimmung. Es wurde darum gebeten, weil die Vorstellung akustisch nicht gut genug rübergekommen ist, das nochmal vorzustellen. Bitte wiederhole das. Also, es kam gerade die Frage, ob es bereits eine Formulierung gibt. Die Formulierung wäre für den, zum Beispiel, also es war eine gesamte Beschreibung der verschiedenen Ämter. In diesem Falle würde zum Beispiel, die Vorsitzenden übernehmen die organisatorische Verantwortung über den Landesverband und vertreten die Interessen des Landesverbandes gegenüber dem Bundesvorstand. Der zweite Vorsitzende konzentriert sich auf die parteiinterne Arbeit, das entfällt. Der Schatzmeister ist für alle Finanzangelegenheiten und ordnungsgemäße Buchführung zuständig. Entsprechend der Stellvertretende auch. Der Generalsekretär übernimmt die Verwaltung und Betreuung der Mitglieder. Die Aufgaben der Vorstandsmitglieder werden in der Geschäftsordnung des Landesvorstandes näher definiert und bei Bedarf ergänzt. Das wäre die Formulierung, die wir dann hätten. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Redebedarf scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir abstimmen. Bitte noch mal einen kurzen Satz zur Abstimmung. Sollen die Tätigkeitsbereiche der Funktionsträger in der Satzung in der vorgelesenen Form festgelegt werden oder nicht? So, wer ist dafür? Bitte jetzt die Karte. Danke. Wer ist dagegen? Das ist bei vergleichsweise geringer Beteiligung eine knappe Minderheit. Also die Mehrheit war dafür. Dass es festgelegt wird? Ja. Okay. Knappe Mehrheit war dafür. Gibt es wieder Rede gegen das Abstimmungsergebnis? Gut. Das scheint nicht der Fall zu sein. Danke, damit ist das soweit in Ordnung. Du kannst zum nächsten Punkt kommen. Soll in der Satzung festgelegt werden, dass der Vorstand sich eine Geschäftsordnung geben und dann angemessen veröffentlichen muss? Was eigentlich, ja gut, ist ein bisschen vorweggenommen, aber ja, soll sich der Vorstand eine Geschäftsordnung geben müssen? Ihr habt es gehört. Wer sagt dazu ja? Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Danke, Gegenprobe. Wer sagt nein? Okay, das ist beschlossen. Nächster Punkt, bitte. Das war es. Großartig. So. Jetzt haben wir einen modularen Antrag zusammengestellt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich mich irre, muss jetzt eine Zweidrittelmehrheit erzielt werden, damit diese modular zusammengestellte Liste beschlossen ist. Richtig? Ja. Sehr gut. Ist jemand anderer Meinung? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut. Also. Der Antrag besteht noch nicht. Den muss ich erst schreiben. Ja, den musst du dann entsprechend schreiben. Das ist mir klar. Wir geben jetzt dem Antragsteller genügend Zeit, das entsprechend zu formulieren. Und wenn du ihn fertig hast, kommst du wieder und dann stimmen wir den ab. Super Idee. Dankeschön. So. GO-Antrag. Doch, du hast die Finger gehoben. Ich habe es genau gesehen. Kein GO-Antrag. Auch gut. Gehst du zur Tina? Was haben wir als Nächstes? Eigentlich hätten wir als Nächstes die Wahl des Vorstandsvorsitzenden. Das kann man natürlich nicht machen, solange der Satzungsänderungsantrag nicht vorliegt. Deswegen. Lass mal überlegen. Den Vorsitzenden gibt es auf jeden Fall. Also kann ich zumindest die Vorstellung der Kandidaten behandeln. Es ist ja immer wieder schön, wenn die Versammlung dem Versammlungsleiter dabei hilft, keinen Unfug zu treiben. Danke. Ja, du kannst ruhig. Also ernsthaft jetzt. Wie ich das immer so bei einem bestimmten Zeitpunkt sage, wenn ich einen Landesparteiterin in Niedersachsen leite. Ich freue mich immer sehr über vergleichsweise disziplinierte Versammlungen, bei der die Versammlung aktiv daran mitwirkt, dass der Versammlungsleiter nicht zu viel Unsinn macht. Dankeschön. So, das heißt, wir können jetzt die Kandidaten für den Vorstandsvorsitz aufrufen. Wer möchte denn kandidieren? Und ich weise darauf hin, obwohl es bei der Wahlparty mehrere entsprechende Vorschläge gab, nein, ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Danke. So, ich darf schon mal bitten, dass die etwaigen Kandidaten für den Landesvorsitz allmählich mal auf die Bühne kommen. Landesvorsitz Niedersachsen. Ja, während die Kandidaten sich in Richtung Bühne bewegen, möchte ich gerne dem Wahlleiter das Wort erteilen. Der möchte wahrscheinlich die Kandidatenliste oder irgendwas und die Wahlhelfer und so weiter. Auf jeden Fall hat der Wahlleiter jetzt das Wort. Bitte seid aufmerksam ihm gegenüber. Hallo, bitte richtet eure Aufmerksamkeit auf den Wahlleiter. Stellt bitte die Privatgespräche ein. Und die Kandidaten möglicherweise begeben sich hier vorne in Richtung von dieser breiten Doppeltür, wenn ihr nachher kandidieren wollt, damit ihr schon mal da seid. Dankeschön. Wie schön still ist hier, ist ganz wunderbar. Danke. Ich mache es kurz, ich eröffne jetzt hier mit die Kandidatenliste und alles Weitere hat der Maik ja gerade schon erzählt. Herzlichen Dank. Möchtest du dir eventuell noch deine Wahlhelfer aussuchen? Wolltest du das nach der Kandidaten-Dings machen? Wolltest du das nach der Kandidaten-Vorstellung machen oder wie ist das mit dem Wahlverfahren? Wann willst du das? Alles nach der Kandidaten-Vorstellung? Okay. Gut. Ich gebe jetzt dem Wahlleiter noch einen Augenblick Zeit zu konferieren. Okay. Die weitere Abfolge wird folgendermaßen sein. Die Kandidaten werden sich vorstellen. Nach der Vorstellung wird hoffentlich schon der Satzungsänderungsantrag vorliegen, den wir eben modular zusammengestellt haben. Dann werden wir erst kurz den Satzungsänderungsantrag abstimmen und danach übergebe ich wieder an den Wahlleiter. Und der macht dann den weiteren Fortgang der Versammlung. So. Ich möchte außerdem die Kandidaten bitten, sich nach hier vorne zu begeben, damit sie erstens beim BIMA-Team ihren Namen bekannt geben können und zweitens damit auch das Protokoll diese Namen erfährt. Sehe ich das richtig? Ne, hier vorne, hier auf der Bühne direkt. Guck mal hier, der ist ein netter Kollege. Ja, du kannst ruhig Nummern vergeben, aber ich glaube, wir haben die spektakuläre Anzahl von zwei Kandidaten. Sehe ich das richtig? Drei. Wo ist denn der dritte? Wo ist Ort Wien? Bist du anwesend? Der ist abwesend. Alles gut. Okay. Dann seid ihr soweit? Kleinen Augenblick noch. Wir stellen mal kurz die Namen dar. Okay, so wie es aussieht, wollen die Kandidaten sich darauf einigen, in welcher Reihenfolge sie sich vorstellen oder welches Verfahren sollen wir anwenden? Was sagst du dazu? Ich werde für ein Losverfahren. Du bist für ein Losverfahren. So ein Zufall. Ich habe hier zufällig einen belgischen Euro, der sich dadurch auszeichnet, dass er tatsächlich einen Kopf auf einer Seite hat. Wo ist der Wahlleiter? Der soll mir das mal bestätigen. Das ist ein Kopf. Auf der anderen Seite ist es eine Zahl. Ja, das ist ein Euro. Einer von euch muss mir jetzt Kopf oder Zahl sagen. Bei Kopf fange ich an. Kopf, du fängst an. Jo, danke. Geht das höher? Okay. Ich mag nicht allzu viel Zeit jetzt verbringen. Ich habe versucht, viel im Vorfeld des Parteitags zu machen. Ich bin Kevin Price. Ich war zweieinhalb Jahre Vorsitzender im Kreisverband. Ich war niemals Mitglied des Landesvorstands. Das heißt, ich bringe eine gewisse Vorstandserfahrung mit. Ich habe mit dem Landesvorstand insofern zu tun, dass halt im Laufe der Jahre immer wieder irgendwelche Kontakte und immer irgendwelche Zusammenarbeiten gemacht wurden. Ich gehe regelmäßig in die Marinas. Ich gehe nicht jeden Mittwoch in die Vorstandssitzungen bisher. Aber ich weiß durchaus auch, was auf Landesebene im Vorstand passiert. Was ich jedoch leider nicht immer weiß, ist, wo finde ich denn jetzt gerade das letzte Protokoll? Oder wer von den sechs Leuten hat gerade welches Thema auf dem Schirm? In diesen ganzen Dingen herrscht mir da zu wenig Transparenz. Ich möchte gerne, ihr wisst vielleicht, ich bin einer der größten Verfechter der Transparenz. Ich hatte auch das Transparenzgesetz, also die Forderung danach in unser Wahlprogramm geschrieben. Und genau das möchte ich auch innerhalb des Vorstands leben. Ich möchte dem jetzigen Vorstand nicht vorwerfen, das sträflich vernachlässigt zu haben. Ich habe selbst hin und wieder mal hier und da gefragt nach mehr Transparenz im Landesvorstand. Das war wahrscheinlich nicht oft genug. So etwas kann man auch mit der Zeit vergessen. Da muss man darauf aufmerksam gemacht werden. Ich denke aber, dass ich das einfach stärker durchziehen kann. Und denke, dass ich deswegen auch im Vorstand des Landesverbandes gut geeignet bin. Ich möchte noch eine andere Sache als persönlichen Schwerpunkt setzen in einer Landesvorstandskandidatur. Und zwar möchte ich einen großen Schwerpunkt setzen auf unsere Kernthemen. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel die ganzen tagesaktuellen Themen, die unsere ganzen Malasträger jeden Tag bearbeiten, die kann man super fast immer auf irgendeines unserer Kernthemen reduzieren oder verbinden. Bevor man jetzt irgendwie, ich habe das auch schon vorher irgendwo geschrieben, wenn man sich jetzt drei Tage lang verliert in Liquid Feedback-Initiativen zu Kastrationspflicht freilaufender Katzen, sowas passiert hier in etlichen unserer Fraktionen, hat es das gegeben, dann finde ich, dann sollte der erste Gedanke sein, was hat das mit unseren Kernthemen zu tun? Da sage ich Bürgerbeteiligung. Und dann sage ich, wie viele Katzenhalte habt ihr denn eigentlich dazu befragt und wie viele betroffene Personen? Das ist, glaube ich, diese Art von Trick können wir auf so ziemlich alles in der Politik anwenden und das direkt mit unseren Kernthemen zum Piratenpunkt machen. Ich weiß aber, dass unser Landesvorstand keinen direkten Einfluss auf die Politik nimmt. Das soll so sein. Ich möchte, so wie ich als Kreisvorsitzender niemals irgendwie der Häuptling war, sondern höchstens der erste untergleichen. So ist es aber auch, dass diese Konzentration auf Schwerpunkte eben ein Schwerpunkt sein soll in der Kommunikation, in der persönlichen Kommunikation. Das heißt, wenn ihr diese Art von Kommunikation mögt und diese Beziehung aller möglichen Dinge auf Kernthemen, dann bin ich da wahrscheinlich der richtige Kandidat dazu. Und einen anderen Arbeitsschwerpunkt möchte ich gerne noch setzen. Und zwar, ich weiß, wir haben die meisten Mandatsträger aller Landesverbände. Und ich weiß, dass diese Mandatsträger, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, nicht gut genug von uns betreut werden. Und zwar muss, das hat verschiedene Gründe, hier fehlt es an Struktur, da fehlt es an Zeit, Lust, irgendwas. Ich glaube, dass wir generell auf Landesebene mit mehr Motivation und Vernetzung dieses Thema stärken können. Dafür würde ich im Vorstand stehen. Viel mehr wollte ich jetzt nicht sagen. Ich denke, viele kennen mich gut. Ich habe im Vorfeld Fragen beantwortet im Wiki. Und die Frage nach der Vorgehensweise ist jetzt, soll die nächste Begrüßungsrede stattfinden oder gleich Fragen? Erst die Vorstellung, danach Fragen an alle. Ja gut, dann bist du jetzt, dann Andreas. Ja, mein Name ist Andreas Neugebauer. Ich glaube, der eine oder andere kennt mich. Ich war im letzten Jahr Landesvorsitzender. Wir haben im letzten Jahr einige Sachen angefangen, die ich gerne weiterführen würde. Ich würde gerne die Niedersachsen-Marina ausbauen, mit Relife-Treffen. Ich würde auch gerne, da habe ich jetzt schon mit angefangen im Vorwege, die Vernetzung der Kommunalpolitiker ausbauen. Und ich würde allgemein gerne diesem Landesvorstand einen handlungsfähigen und arbeitsfähigen Unterbau unterhalb des Vorstands geben, sodass wir aufgestellt sind, dass wir auch zukünftig, wenn Vorstände komplett weg sind, wie wir es im letzten Jahr hatten, trotzdem kontinuierlich arbeiten können. Das sind Sachen, die habe ich angefangen. Das sind Sachen, die würde ich gerne noch weiter begleiten. Wie ich arbeite und was ich für ein Typ bin, das wisst ihr. Das müsst ihr dann am Ende selber entscheiden, ob euch das recht ist oder nicht. Ich habe aber auch im letzten Jahr niemandem irgendwas erzählt, wo ich hinterher mich anders dargestellt habe. Ich würde mich sehr freuen, euer Vertrauen weiterhin zu erhalten und freue mich auf Fragen. Danke. So, Dankeschön. Soweit die Vorstellungen der beiden anwesenden Kandidaten, der dritte Kandidat der Ortwien ist leider nicht anwesend. Gibt es jemanden im Saal, der die Vorstellung von Ortwien übernehmen möchte? Dann hast du jetzt das Wort. Hallo. Ich bin hier stellvertretend für Ortwien-Regel. Viele von euch kennen Ortwien. Er ist schon sehr lange in der Piratenpartei aktiv. Zurzeit seit in den letzten zwei Jahren als Stadtrat in Hildesheim. Ich weiß, dass Ortwien sich sehr viele Gedanken gemacht hat im Vorfeld, wie man die Vorstandsarbeit verbessern könnte, wie man sie transparenter gestalten könnte und vor allen Dingen, wie man sie effizienter gestalten könnte. Gerade im Hinblick auf die Außenwirkung im Zuge des Bundeswahlkampfes, der jetzt ansteht. Ich habe mit ihm jetzt im Detail nicht weiter darüber gesprochen. Aber ich weiß, dass er die Verantwortung gerne übernehmen möchte. Und ja, überlegt euch, ob ihr Ortwien eine Chance geben wollt. Dankeschön. Applaus Haben wir eine Versammlungsleitung? Ja, 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 das bin ich gerade. Also eigentlich ist Wahlleitung gerade, genau. Danke. So, jetzt haben wir drei Kandidaten hier. Und die Kandidatenliste wird sich dann irgendwann schließen. Und zwar genau in fünf Sekunden, wenn sich niemand mehr nach vorne begibt. Wer also noch erster Vorsitzender werden möchte und davon träumt, jemals hier oben zu stehen und sich zu präsentieren, der hat genau noch fünf Sekunden. Die Zeit ab jetzt fünf, vier, Wahlweise Leute zu nominieren, die ihr gerne hättet. Drei, zwei, eins, null. Die Kandidatenliste ist hiermit geschlossen. Und jetzt brauchen wir Wahlzettel. Achso, genau. Dann hätte ich jetzt gerne Fragen. Und da hinten stehen ja schon Leute an dem Mikro und die können jetzt Fragen stellen an alle Kandidaten. Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste geht direkt an Kevin. Also du hast viele, in meinen Augen, tolle Ideen vorgebracht, was man machen könnte. Das sind alles Sachen, die nach innen wirken würden. Was wir meiner Ansicht nach auch brauchen, ist ein 1V, der in der Lage ist, auch gut nach außen zu vertreten, weil ich weiß zumindest, was mir passiert ist, als ich Vorstand war und wir eine Wahl hatten. Wir haben jetzt Bundestagswahlen. Warum bist du dazu in der Lage, bist du dazu in der Lage und warum bist du dazu in der Lage, das nach außen zu vertreten? Und vielleicht die zweite Frage direkt im Anschluss. Es gab jetzt hier viele tolle Ideen, wir können aber nur einen wählen. Wie setzt ihr und setzt ihr diese Ideen, die ihr jetzt vorgebracht habt, um, auch wenn ihr nicht 1V werdet? Die Frage geht dann natürlich an beide oder beziehungsweise an alle drei. Gut, zu meiner Qualifikationsfrage. Ich war 1V für zweieinhalb Jahre des größten Kreisverbands, auch während Wahlkampfzeiten. In dieser Zeit hat die Kommunalwahl stattgefunden und wir konnten ein Mandat erringen. Ich habe in dieser Zeit gelernt, wie man eine Gliederung der Piratenpartei nach außen vertritt, proaktiv und reaktiv. Vielleicht habe ich es nicht perfekt gemacht, vielleicht kann man es besser machen als ich, aber ich habe die Erfahrung. Punkt 2 ist, auch nach außen hin, glaube ich, geben wir derzeit noch ein diffuses Bild ab. Das kann man deutlich schärfen, indem man alles auf Kernthemen bezieht. Ich habe das Ganze übrigens auch als Positionspapier beantragt. Ich hoffe, dass der Landesparteitag das noch beschließt, dass wir als Positionspapier festlegen, dass wir unser politisches Handeln möglichst oft auf unsere Kernthemen beziehen. Ob ich jetzt als Vorstand gewählt werde oder nicht, hoffe ich dennoch, dass dieses Thema Thema des Landesverbands wird, um unser Bild nach außen zu schärfen. Achso, die zweite Frage, die an uns beide ging, war... Ja, damit habe ich das im Prinzip beantwortet. Dadurch, dass dieses Positionspapier, also dieses strategische Positionspapier beantragt ist, würde ich dadurch die Piraten motivieren, die Fixierung auf Kernthemen zu... oder die Konzentration auf Kernthemen zu fördern. Und was die... Ja, was im Grunde einen anderen Schwerpunkt, nämlich einen transparenteren Vorderstand betrifft, ist so, dass man da halt auch immer wieder nachfragen muss oder Hilfestellung anbieten muss. Und ich denke, dafür brauche ich kein Vorstand zu sein, um da noch weiter in die Richtung zu wirken. Es würde aber immens helfen. Nächste Frage, bitte. War die an alle gerichtet? Die zweite Frage war auch an alle gerichtet. Okay. Also, wenn Herr Riegel hier oben stehen würde, dann würde er euch erzählen, dass er schon die ganze Zeit auf Kommunalebene unsere Kernthemen umsetzt. Wir hatten in Hildesheim im letzten Jahr das erste Mal einen Bürgerhaushalt, den wir sehr gut parteienübergreifend organisiert haben, wo wir viele andere Kommunalpolitiker mit ins Boot geholt haben. Da kamen dann so Sachen bei raus, wie man sollte alle Ampeln in Hildesheim auf LEDs umschalten, was dann auch schon wieder unser umweltpolitisches Programm gut widerspiegelt. Andererseits haben wir in Hildesheim, also Ottwin und ich, weil er im Rat sitzt und ich stellvertretende Fraktionsführerin bin, Geschäftsführerin der Fraktion, Entschuldigung, haben wir, wir haben die Transparenzsatzung aus Hamburg genommen und haben sie für die Kommunalebene umgeschrieben und arbeiten jetzt dran, dies mit der Mehrheitsgruppe im Hildesheimer Stadtrat, wo wir mit den Grünen und der SPD in einer Mehrheitsgruppe sitzen, dies umzusetzen und dies dann zur Abstimmung zu bringen. Damit wäre dann Hildesheim die erste Stadt und die erste Kommune, wo es ein Transparenzgesetz geben würde und nicht nur eine Informationsfreiheitssatzung. Also so wie ich Ottwin kenne, setzt er sich sehr, sehr gezielt für unsere Kernthemen ein und macht das pragmatisch und unaufgeregt und sehr hartnäckig. Ideen, die im Kopf sind, wollen raus und selbst wenn ich hier jetzt heute nicht gewählt werde, werde ich die Ideen natürlich kommunizieren und probieren, im Land zu platzieren. Das ist, denke ich, auch unabhängig vom Vorstandshemter. Man soll es ja nicht glauben, aber wir haben momentan tatsächlich wieder mehr Eintritte als Austritte und ich hoffe mal, das wird sich auch in der Qualität derer wieder spiegeln, die da zu uns kommen. Nun möchte ich aber auch, dass diese Leute möglichst lange bei der Stange bleiben. Von daher würde ich mich freuen, wenn sich insbesondere der 1V, aber vielleicht geht das auch einfach nur auf Beisitzer-Ebene, das muss man mal sehen, dafür einsetzen würde, dass es so eine Art Nachwuchsförderung gibt. Nachwuchs nicht bezogen auf Juppies und entsprechende Altersgruppen, sondern auch tatsächlich auf neu hinzukommende Piraten. Nicht nur, was die Strukturen und die Arbeitsmittel innerhalb der Partei betrifft, sondern tatsächlich auch gezielte Förderung pachttechnischer Art. Wer von euch könnte sich wohl am ehesten vorstellen oder vielleicht ja auch alle drei, diesem Konzept zu folgen? Danke. Also ich habe ja heute Morgen schon gesagt, dass eine der dringendsten Aufgaben ist, die wir haben, zukünftige Mandatsträger und Funktionsträger in der Partei heranzuziehen, sage ich mal. Ich hörte hier eben Kaderschmiede, das ist natürlich das falsche Wort, aber sicherlich müssen wir auch in Zukunft uns den neuen Mitgliedern annehmen, unsere Tools und der Arbeitsweise, aber auch unsere Kultur nahe bringen, wobei ich das ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt als Aufgabe des 1V im Land sehe. Da sehe ich jeden Kreisverband und jeden Stammtisch natürlich in der Pflicht, weil das sind die ersten Ansprechpartner für neue Mitglieder, die wenigsten laufen im Landesverband auf. Aber wichtig ist das schon. Kaderschmiede, der kam von mir. Ich habe vor einem Monat ungefähr Manpower gebraucht zum Verteilen von Flyern. Ich habe dann geklärt und zweckgebunden eine Mitgliederliste ausgehändigt bekommen und habe dann unsere Mitglieder der Reihe nach von oben nach unten antelefoniert, also im Kreisverband. Das war datenschutzmäßig geklärt, die Schulung hatte ich gemacht. Und ich habe festgestellt, dass jeder zweite Angerufene, obwohl wir den schon zwei Jahre nicht mehr gesehen hatten, gesagt hat, ja, am Wochenende nehme ich mir über drei Stunden Zeit zum Flyern. Hat gezeigt, dass direkter Kontakt toll wirkt, viel besser als erwartet. Das, denke ich, ist unser wichtigstes Mittel, um auf KV-Ebene zu Manpower zu kommen. Dass solche Dinge, direkte Kontakte gefördert werden, ist, glaube ich, unser größtes Potenzial, um an Manpower zu kommen. Wenn mehr Aktivität da ist, dann wird es auch mehr Eintritte geben. Also ich weiß, wie es bei uns am Stammtisch in Hildesheim ist. Wir bemühen uns, neue Mitglieder willkommen zu heißen oder Leute, die wir an Infoständen treffen, die sich für die Piraten interessieren, zum Stammtisch einzuladen. Es ist schwierig, diese Leute dann für kontinuierliche Arbeit zu gewinnen, ganz ehrlich gesagt. Inwieweit Ortwin Regel da jetzt die Aufgabe als erster Vorsitzende sehen würde, sich da dahinter zu klemmen. Vielleicht wäre das ein Thema, was man in einer Marina ansprechen könnte, einer gezielten Extra-Marina. Was machen wir mit neuen Mitgliedern und wie kriegen wir sie dazu, besser und schneller mitzuarbeiten und ihnen die Werkzeuge zu geben. Ja. Ja, weil es in letzter Zeit ja in vielerlei Hinsicht oder auf vielen Ebenen en vogue ist, Beauftragung auszusprechen und Kevin ja auch eine Initiative gestartet hat für einen Vernetzungsbeauftragten, der sich nach außen hin mit anderen Vereinen und NGOs zusammensetzen soll. Möchte ich euch alle drei fragen, wo seht ihr denn bei den Beauftragungen derzeit den Schwerpunkt, welche Themen, ob es jetzt Vernetzung ist oder irgendetwas anderes, welche Themen müssten denn mit so einem Mittel zuerst angegangen werden, eurer Meinung nach? Den letzten Teilsatz habe ich akustisch nicht verstanden. Mit welchen Themen? Ach so, welche Themen sollen da schwerpunktmäßig eine Rolle spielen? Bei dir ist es mit der Vernetzungsbeauftragung ja klar, aber welche anderen Themen kommen noch in Frage für Beauftragte? Wo seht ihr den Fokus? Wo seht ihr den nächsten Handlungsbedarf? Ah, alles klar. Ich wünsche direkte Beauftragung für Koordination der Kandidaten. Das kommt ja auf uns zu. Ich habe nämlich bei der letzten Landtagswahl immer mal wieder versucht, irgendwie mit allen Direktkandidaten oder allen Landtagskandidaten Kontakt aufzunehmen. Das war echt leicht, an Sackflöhe zu hüten. Also Kandidatenvernetzung, KV-Vernetzung, ich weiß, da sind teilweise Strukturen bereits da und externe Vernetzung. An diesen Stellen kann man Beauftragungen schaffen. Ich würde primär gerne die vorhandenen Beauftragungen stärken, indem wir mehr zu Teams kommen und weniger zu einzelnen Köpfen. Das ist immer dann wichtig, wenn Leute sich eine Auszeit nehmen oder ganz wegbrechen. Ansonsten würde ich tatsächlich gerne auch im Sekretariat weiterhin die Strukturen ausbauen. und ein großes Thema, was ich mir vorgenommen habe für nächstes Jahr, ist die Mitgliederverwaltung, dass wir da neu strukturieren und da sind sicherlich diverse Beauftragungen auszusprechen. Also, da ja Jason auch im Kreisverband Hildesheim ist und wir deswegen viel mit der Mitgliederverwaltung mitbekommen, weiß ich, dass das Ort für ihn auch sehr am Herzen liegt, dass da neue Strukturen geschaffen werden und bessere Strukturen geschaffen werden. Der Rest wäre jetzt Ratespiel. Deswegen kann ich dazu weiter nichts sagen. Tut mir leid. Ich habe zwei Fragen. Eine geht an alle drei. Und zwar hat es im vergangenen Vorstand mit Ausnahme von Meinhardt praktisch kein Interesse an oder Unterstützung für Liquid Feedback gegeben. Wird sich das bei euch ändern? Und zweite Frage geht Andreas speziell. An Andreas speziell. Ich habe im Wiki gesehen, dass du dich selber vorgeschlagen hast. Jetzt warst du ein Jahr lang Vorsitzender. Bist du so schlecht vernetzt, dass du dich selber vorschlagen musst, um wieder zu kandidieren? Lars, es steht dir frei hier heute. Zu wem, wen du willst. Auf polemische Fragen antworte ich nicht. Was Liquid Feedback betrifft, stimmt es nicht, dass wir kein Interesse hatten. Ich hatte eine INI gestartet bezüglich programmatischer Programmpartei. Das Ergebnis dieser Liquid Feedback-Inni hat mir gezeigt, dass Liquid so wie es heute ist, nicht das Werkzeug ist, mit dem ich sinnvoll arbeiten kann. Wenn sich Liquid dementsprechend darstellt oder wir an den Abstimmungsregularien drehen, dann habe ich sehr großes Interesse daran, so ein Werkzeug nutzen zu können. Ich bin sehr dankbar für die Frage, denn ich habe heute Morgen mit Ortwin geredet über meine spätere Kandidatur als Beisitzerin. Da werde ich eine Liquid Feedback-Initiative vorschlagen, die ich als Beisitzer auch einstoßen würde. Deswegen weiß ich, dass Ortwin das auf jeden Fall unterstützen würde, dass der Landesvorstand auch mehr Liquid Feedback für Themenfindung und Priorisierung nutzt. Ich finde Liquid Feedback super. Es ist jedoch nicht für alles gleich gut geeignet. Es ist am besten geeignet, um vorhandene Ideen weiterzuentwickeln, Anregungen gegen Initiativen und da das Beste draus machen zu lassen. Es ist nicht in jedem Mitglied, in den Augen jedes Mitglieds, optimal dafür geeignet, Abstimmungsergebnisse zu generieren. Dafür ist unter Umständen Lime Survey besser geeignet. Ich bin dafür, beide Tools stärker einzusetzen, damit wir insgesamt mehr Mitgliederbeteiligung in allen möglichen Fragen haben, also auch in Vorstandsfragen. Und ob das über das eine oder andere Tool gemacht wird, wird sich von Fall zu Fall entscheiden. Dann zur Kandidatur. Ich beabsichtige keine Bundestagskandidatur. Das wäre idiotisch. Entschuldigung. Und ich habe mich nicht selbst vorgeschlagen, sondern ich wurde vor einen oder eineinhalb Monaten von Etty gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da fiel mir erst mal, dann habe ich erst mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und dann ein paar Wochen gebraucht zur Überlegung. Aber bin jetzt seit ein paar Wochen eben doch überzeugt, dass das eine gute Idee ist und ich mache das jetzt. Ich habe zwei einzelne Fragen an einzelne Kandidaten. Einmal Kevin, du hast in der Vergangenheit Beauftragungen oder Aufgaben übernommen und die nicht unbedingt zeitnah dann erledigt. In Celle warst du knapp zu spät, anderthalb Tage. Welche Aufgabe denn? Du hattest Technik dabei, die für das Netzwerk benötigt war und warst erst am Samstagmittag aufgetaucht. Ach so, ja. Wie wirst du das zukünftig verhindern? Ach so, innerhalb der Technik machen wir das so, dass die Techniksachen jetzt an redundanten Standorten kommen. Das heißt, selbst wenn jemand eine Autopanne hat wie heute, dann haben wir andere Technik, die diese Dinge ersetzt. Nein, wie du persönlich, nicht wie in der AG Technik das Problem gelöst wird, sondern wie du verhindern willst, dass du nochmal eine Aufgabe übernimmst, die du dann auch vielleicht in kleinem nur unzuverlässig erledigst. Also jetzt speziell dieser eine Fail, da hatte ich verschlafen, weil ich vorher... Sondern wie man es verhindern möchte. Also der eine Fail, da hatte ich aber verschlafen, weil ich die ganzen Tage zuvor einfach so wenig Schlaf hatte. So passiert hin und wieder, wenn das zu viel wird. Da gibt es zwei Gegenstrategien. A, Aufgaben nicht an einzelnen Köpfen aufhängen, sondern auf mehrere Leute verteilen. B, ein einzelner Kopf darf sich nicht zu viel vornehmen. Manchmal neige ich dazu, ich dämme das jetzt ein. Also ich möchte das klarstellen, die Frage war nicht gemeint, Kevin ist unzuverlässig, sondern weil ich mache selber viele Arbeiten. Hey, Frage, danke. Die andere Frage ist an Andreas. Das letzte Vorstandsjahr war sehr anstrengend. Ich habe das ziemlich direkt mitbekommen, was ihr zu tun hattet und was da auf euch reingeprasselt ist. Auch an ungerechtfertigter Kritik von außerhalb. Und ich habe dabei, meine ich, wahrgenommen, dass das euch alle im Vorstand stark belastet hat. Und ich meine auch wahrgenommen hat, dass sich die Art und Weise, wie ihr im Vorstand agiert hat, dadurch verändert hat. Meinst du, nein, warum meinst du, dass es nicht besser ist, davon erstmal ein Jahr Pause zu machen und Ruhe zu bekommen und wieder mehr auf sich selber und zu seinem eigenen Spiel zurückzufinden und dann wieder zu kandidieren? Also ich habe vor ein paar Wochen mal getwittert, eine Bewerbung für ein Vorstandsamt ist ein Angebot. Und gerade für dieses Vorstandsamt ist ein Angebot, dass man sich ein Jahr lang hier den Arsch aufreißt für die Partei. Und das ist kein Selbstzweck. Du hast recht, wenn man morgens Thunderbird aufmacht und die ersten fünf Mails, die man liest, sind persönliche Beleidigungen, dann motiviert das nicht gerade, seine Tagesarbeit zu machen. Sicherlich waren wir zeitweise auch dünnhäutig. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Menge gelernt. Und wir haben in dem Jahr auch festgestellt, wo wir dran drehen müssen. Und wir hatten leider durch diese ganzen Rechtsstreitigkeiten und die verschobenen Aufstellungsversammlungen und diese ganzen Geschichten nicht die Möglichkeiten, alles das zu machen, was wir eigentlich vorhatten und was wichtig wäre. Um das jetzt abzuschließen, würde ich halt gerne noch dieses Jahr meine Zeit dem Landesverband widmen, damit man am Ende sagen kann, wir sind jetzt der Landesverband, der die besten Strukturen hat und der am besten arbeiten kann und wir sind Vorbild für andere Landesverbände. Das ist mein Ziel. Die Frage, die ich stelle, ist im Prinzip schon fast beantwortet worden durch die Fragestellung von Lars. Daher nochmal konkret. Könntet ihr euch als 1V vorstellen, die Geschäftsordnung als Beispiel, den Mitgliedern über LQFB zur Abstimmung zu stellen? Was ihr dann im Endeffekt macht, das ist dann natürlich eure Angelegenheit, aber könntet ihr euch das vorstellen, da bezüglich der Geschäftsordnung als Beispiel ein Meinungsbild einholen zu lassen? Halte ich für eine super Idee. Aber ich würde das niemals so aussehen lassen, als beschließt jetzt der Landesverband über die Vorstandsgeschäftsordnung, das hatten wir ja schon mal irgendwie zur Aufstellungsversammlung, Terminfindung, da wurde per LIME-Survey umgefragt. Die Mitglieder dachten, das ist jetzt verbindlich, der Vorstand beschloss dann was anderes. Das funktioniert so nicht. Man muss vorher ganz klar machen, dass es sich um ein Meinungsbild handelt. Ich kann mir in dem Punkt übrigens Liquid Feedback extrem gut vorstellen, weil eine angefangene Geschäftsordnung damit hervorragend weiterentwickelt werden kann. Ich rate jetzt nicht, was Ottwin dazu sagen würde. Sorry. Also wir sind eine basisdemokratische Partei. So und das wollen wir auch bleiben. Es macht aber keinen Sinn, eine Geschäftsordnung, die sich im Landesvorstand selber gibt, von der Basis bestimmen zu lassen, wenn es dann am Ende nicht passt. Wir verteilen im Landesvorstand oder der neue Landesvorstand verteilt im Rahmen der Geschäftsordnung seine Aufgaben. Wir haben jetzt hier vorhin gesehen, wie wir uns schwer tun, überhaupt einen politischen Geschäftsführer oder einen Generalsekretär zu definieren. Wie wollen wir denn dann eine Geschäftsordnung über Liquid Feedback machen? Das macht in meinen Augen relativ wenig Sinn. Ich habe mir zum Beispiel in Hessen allerdings die virtuelle Mitgliederbefragung angeguckt. Das ist ein Tool, das gefällt mir persönlich sehr gut. Solche Geschichten kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Allerdings sollten Sie auch in die Partei wirken und nicht von der Partei in einzelne Gremien. Das halte ich für nicht sinnvoll. Moment, vor der nächsten Frage habe ich einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Wer möchte, dass die Rednerliste geschlossen wird? Bitte Karte heben. Wer ist dagegen? Die Rednerliste ist mit deutlicher Mehrheit geschlossen. So, sorry, andersrum. Genau, also wer jetzt noch möchte, bitte hingehen. Okay. Bitte mal winken, wer jetzt zur Rednerliste geht und wer nicht. Okay, du bist der Letzte. Danke. Dann ist die Rednerliste jetzt geschlossen. Und der nächste Fragesteller, bitte. Ja, guten Tag. Ich hätte eine Frage zum Wahlkampf wegen der Bundestagswahl. An allen Kandidaten gleichzeitig. Wie seht ihr das Verhältnis zwischen Listenkandidaten, Direktkandidaten und wie stellt ihr euch vor, zukünftig diese verschiedenen Ansprechpartner zu begleiten aus Sicht des LAFOs? Danke. Also, Ottwin Regel war sowohl Listenkandidat als auch Direktkandidat in Hildesheim. Und ja, deswegen hat er im Grunde beides gemacht. Also, er weiß, dass die Direktkandidaten sehr wichtig sind, gerade im lokalen Wahlkampf, gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen. Und ich denke, er würde sagen, dass die Direktkandidaten wahnsinnige Kompetenz für alle Themen brauchen. Während die Listenkandidaten sich einzelne Podiumsdiskussionen untereinander ein bisschen aufteilen können, je nach ihrer Themenkompetenz. Ich denke auch, er würde sagen, man könnte deswegen vielleicht getrennte Schulungen machen. Oder zumindest versuchen, die Direktkandidaten bei Fragestellungen zu einzelnen Themen, wo sie sich vielleicht nicht so gut auskennen, zu unterstützen. Sei es in der Form von... Wir hatten im Landtagswahlkampf die Servicegruppe Wahlprüfsteine, an die sich dann auch öfters Direktkandidaten gewandt haben, wenn sie in einem Themenbereich sich nicht sehr sicher fühlten. Wortwinn-Slash-Feli hat gerade genau alles gesagt. Was mir dazu einfällt, bloß ein bisschen mehr. Also, auch wenn es jetzt blöd ist. Nein, wir haben ja die Strukturen im Prinzip noch, solange ist der Landtagswahlkampf ja nicht her. Wir werden jetzt natürlich kurzfristig die AG-Wahlkampf wieder beleben. Wir werden natürlich auch das Reisebüro wieder beleben und die AG-Wahlprüfsteine. Ich denke, dass es im Landesvorstand auch wieder zwei Ansprechpartner geben wird für diese ganzen Geschichten. und wir auch aus den Erfahrungen lernen, die wir jetzt im Landtagswahlkampf hatten, Gutes weitermachen, Schlechtes verbessern. Ich möchte nur eine ganz kurze ergänzende Frage dazu stellen. Also, kann ich das so verstehen, dass ihr mit dem zufrieden wird, wie bisher die Direktkandidaten vom Landesvorstand betreut worden sind und mit allen Sachfragen stets begleitet worden sind, damit sie eine optimale Arbeit vor Ort in ihrem Wahlkreis zu leisten. Ich hatte da verschiedene Quellen, wo ich gehört habe, dass die verschiedenen Direktkandidaten sich nicht immer stets gut betreut gefühlt haben, zumindest. Aus nachvollziehbaren Gründen. Danke. Okay, jetzt auf die Zusatzfrage einfach nochmal. Ich habe es vorhin gesagt, ich wünsche mir entweder eine AG-Kandidat oder einen Ansprechpartner-Kandidaten, dass es nicht unbedingt eine Vorstandsaufgabe kann, aber vom Vorstand übernommen werden. Ich bitte darum, dass die Fälle, in denen es schwierig war, ich habe da auch einige im Hinterkopf, im Nachgang nochmal zu klären, damit man sowas in Zukunft besser machen kann. Also ich habe mit Ortwin auch schon über dieses Thema gesprochen nach dem Wahlkampf, weil er, wie gesagt, beide Funktionen erfüllt hat. Er meinte auf jeden Fall, es hätte besser laufen können. Also viele Direktkandidaten sind über Umwege dann eben auf die Servicegruppe Wahlprüfsteine gestoßen, die thematisch in den einzelnen Bereichen eben durch die vielen Fragenkataloge versiert war. Aber das hat lange gedauert, ehe die dann mal zu uns gestoßen sind. Hier wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn der Vorstand, wenn er eine Beauftragung für so eine Servicegruppe ausschreibt, dass das dann klarer an die Kandidaten kommuniziert wird und vielleicht auch in der Form von einer Aufgabenstellung für Beisitzer, dass da ein Ansprechpartner geschaffen wird. Also ich kann nur sagen, alle Anfragen, die an den Landesvorstand kamen von Direkt- oder Listenkandidaten wurden bearbeitet und beantwortet. Wenn Vorstandsmitglieder zu Terminen angefragt wurden, sind sie im Normalfall auch hingefahren, es sei denn, sie waren verhindert. Aber auch hier gilt wie immer, es gibt eine Bringschuld und eine Hohlschuld und sich als Direktkandidat in seinen Landreis hinzusetzen und zu sagen, so ein Landesvorstand, jetzt komm mal vorbei und kümmere dich um mich, das wird bei Piraten nicht funktionieren. Das muss jedem klar sein, der eine Kandidatur anstrebt. Okay. Gut, meine Frage ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, seid ihr alle drei Mandatsträger. Grundsätzliche Frage, wie steht ihr zur Trennung von Amt und Mandat? Ihr könnt es ja bestätigen oder verneinen. Also grundsätzliche Frage, wie steht ihr zur Trennung von Amt und Mandat? Und da ist auch die Frage dabei mit Ämterhäufung und so. Vielleicht noch eine zweite Frage hinterher. Es war auch diese Diskussion um Liquid Feedback-Abfragen. Meine Frage dazu, wie geht ihr mit Leuten um, die nicht unbedingt über diese Techniken verfügen oder sich nicht mit denen so auseinandersetzen, dass sie da teilhaben können? Ja, zu Amt und Mandat. Da bin ich traditionell jemand, der sagt, so wenig Häufen wie möglich. Allerdings komplett verbieten möchte ich es nicht. Das Schlauste ist, wenn in der Satzung zum Beispiel drinsteht, dass wenn jemand ein neues Amt oder ein neues Mandat bekommt, dass dann die entsprechende Gliederungsversammlung beschließt, ob diese Häufung in dem Fall okay ist oder nicht. Es geht einfach um den Arbeitsaufwand und wenn jemand mehrere Sachen gleichzeitig macht, dann wird es zu viel. Ich bin kein Mandatsträger und als einziges anderes Amt bin ich stellvertretender Kassenprüfer des Kreisverbands Osnabrück. Die Kassenprüfungsarbeit habe ich jedoch schon erledigt. Und zu dem Thema Barrieren. Ich weiß, dass diese Barrieren da sind und ein Problem sind. Ich habe selbst ein paar Liquid-Feedback-Schulungen bei uns vor Ort gegeben. Ich empfehle die Videos von Lars Reinecke weiter. Ich glaube, wenn wir das Thema mehr fördern, dann können wir diese Barrieren abbauen. Wir reden jetzt nicht von Leuten, die gar keinen Computer haben, sondern Leuten, die einen haben, mit dem Webbrowser umgehen können, aber Liquid-Feedback ist halt einen Tick zu hoch. Die können das in der Stunde lernen. Ich bin ja ein bisschen überraschend im Oktober Stadtrat in Delmhorst geworden. Das war so nicht geplant. Das hat sich ergeben. Ich war zu Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber ich stelle fest, dass sich das eigentlich recht wenig beißt mit meiner Arbeit im Landesvorstand. Es ist zwar tatsächlich so, dass häufig Sitzungen mittwochs sind, aber durch unser Ticketsystem kann man seine Standpunkte und seine Abstimmungen auf Vorwege ablegen. Das mache ich relativ häufig. Landesvorstandsarbeit findet bei mir im Normalfall tagsüber statt. Gremienarbeit ist abends. Insofern ist das jetzt nicht so ganz dramatisch. Was die Liquid-Geschichten betrifft, wenn jemand zu mir herkommt und sagt, er hat Probleme mit Liquid, bin ich der Letzte, der nicht sich da mit ihm einloggt und jemandem zeigt, wie man das da macht. Auch ganz neutral. Ich werde da keine Meinungen kundtun oder so. Ebenso, wenn jemand kommt und sagt, wie mache ich im Wiki was, wie mache ich im Pet was. Wir haben das in der M-Haus, in der GS auch schon Entschuldung gemacht. Wer fragt, bekommt auch Antworten. Also, Ottwin ist ja selbst von einer gewissen Ämterhäufung betroffen. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Hildesheim relativ wenig aktive Aktive hat, die sich dann auch für Ämter bewerben. Das heißt, Ottwin hat ein Mandat im Stadtrat. Er ist auch Beisitzer in unserem Kreisverband. Und er war sowohl Direktkandidat als auch Listenkandidat. So wie ich ihn da erlebt habe, Ottwin kennt seine Kompetenzen und das ist eben die Bürgerbeteiligung und die Transparenz. Und er möchte sich dafür einsetzen, dass gerade so Sachen wie Liquid Feedback mehr in den Alltag der Entscheidungsfindung der Piraten kommen. Wir haben in Hildesheim eine Piratenakademie, wo wir dann auch so Workshops anbieten. Das ist im Zuge des Wahlkampfs leider eingeschlafen und Ottwin ist gerade sehr stark dabei, zu versuchen, das wieder zu beleben. Wir bieten natürlich unseren Mitgliedern an, an den Stammtischen, dass sie jederzeit, dass wir Kommunikation weitergeben, Informationen weitergeben, selbst wenn sie nicht die ganze Zeit die Mailingliste lesen und was wir im Stadtrat machen und so weiter und so fort. Es wird gemischt angenommen, weil manche Mitglieder halt wirklich nur diese Stammtisch-Atmosphäre schätzen. Also das ist mal erfolgreich, mal nicht so erfolgreich, aber das liegt sicherlich nicht an Ottwin. Okay, danke. Ja, eine Frage an Andreas. Du hattest gerade eben noch mal uns als Basisdemokratische Partei bezeichnet und dass wir es auch bleiben wollen. Auf der anderen Seite hattest du im Dezember diesen Aufruf der Frankfurter Kollegiums mit unterschrieben, denen ja unter anderem vorgeworfen wird von vielen genau diese Prinzipien zu verraten. Da ist einfach die Frage an dich, wie verbindest du das miteinander beziehungsweise wie stehst du heute mit einigen Wochen Abstand zu dem Kollegium? Ja, das ist die Frage. Also das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich bin heute kein Mitglied im Frankfurter Kollegium. Es gibt auf den Mailinglisten vom Frankfurter Kollegium nicht eine Mail von mir. Ich arbeite da auch nicht aktiv mit. So, das ist das eine. Das andere ist, ich halte so etwas grundsätzlich für sinnvoll. Man hat in Bochum gesehen, auf dem Bundesparteitag, wohin das führt, wenn einzelne Gruppen in der Partei, die organisiert sind, ihre Standpunkte mit aller Macht durchsetzen wollen. Die haben einen kompletten Bundesparteitag getreut. Da ist es wichtig, Nein, und deswegen finde ich es eigentlich gut und wichtig, dass sich auch innerhalb der Partei Plattformen finden, die bestimmte Themen bearbeiten wollen. Das gibt es heute schon. Es gibt die Sozialpiraten. Es gibt die Spackarier. Und warum soll es nicht etwas Sozialliberales wie das Frankfurter Kollegium geben? Ich bin mit einigen Dingen, die da im Umfeld passieren, nicht glücklich. Ich finde eine Aufnahmekommission nicht okay. Das habe ich auch kommuniziert. Das ist auch einer der Gründe, warum ich da heute nicht mitarbeite. Okay, ich hatte anderthalb Fragen. Die bezogen sich auch auf das Kollegium. Warum, also für Andreas direkt der eine Teil, warum hast du, oder warum bist du damals als Gründungsmitglied des Kollegiums gehandelt worden und entsprechend auch veröffentlicht worden? Und jetzt so anders dazu stehen. Aber der eigentlich wichtige Teil und der geht an alle eigentlich. Wie wollt ihr damit umgehen, dass in eurer Vorstandszeit Aktionen, die ihr als privater Pirat tut, durch eure Vorstandstätigkeit überhöht werden? Also, dass Sachen, die ihr macht, anders wahrgenommen wird, weil ihr Vorstand seid, obwohl ihr das explizit als Basispirat machen wollt. Ja, ich sage mal, die Geschichte mit dem Frankfurter Kollegium ist ein super Beispiel dafür, wie Presse funktioniert. Ich kriege eine E-Mail zugeschickt, wo das Gründungskommuniqué vom Frankfurter Kollegium drinsteht und wurde gefragt, wie ich das finde. Daraufhin habe ich geantwortet, das ist okay. So, dann lese ich irgendwann eine E-Mail, Andreas Neugebauer findet das okay. und dann lese ich im Spiegel, ich bin Gründungsmitglied. So funktionieren Dinge, so funktioniert Presse. Ich habe auch das dieses Jahr lernen müssen, teilweise auf die harte Art, teilweise auf die angenehme Art. Man kann den Leuten in der Presse noch so gute Vorlagen geben, am Ende schreiben sie das, was sie wollen. So, das andere ist eine Sache, die mich tatsächlich auch geärgert hat. Ich hatte zwischendurch immer mal das Gefühl, dass ich mein Piratensein aufgegeben habe mit dem Moment, wo ich Landesvorsitzender geworden bin. Und ich finde das ein bisschen unfair, dass jeder Pirat seine Meinung haben darf, nur der Landesvorsitzende kriegt dann vorgehalten, er darf seine Meinung nicht haben. Ich denke, auch als Funktionsträger und als Amtsinhaber ist man doch trotzdem immer auch noch Basis, auch wenn man ein Amt vertritt. Und gerade in einer Partei wie bei uns, wo es um verwaltende Vorstände ja immer geht, ist man doch trotzdem immer ein politischer Mensch. Sonst wäre man doch nicht in einer Partei. Wenn ich nur verwalten wollte, wäre ich Beamteur geworden irgendwo. So, das heißt, ich gebe ja meinen politischen Standpunkt nicht ab und ich würde mir wünschen, dass häufiger mal unterschieden wird, das hat er jetzt als Pirat gesagt und das hat er als Landesvorsitzender gesagt. Also Ortwin ist jemand, er macht seine thematische Arbeit innerhalb seines Mandats und innerhalb seiner Funktion bei uns im Kreisverband. Ich habe noch nie erlebt, dass er irgendwie mit seiner persönlichen Meinung auf irgendeiner Mailingliste da Probleme mitgehabt hätte, dass man das nicht klar hätte trennen können. Was sagt jetzt Ortwin als Privatperson und was sagt Ortwin als Mitglied im Stadtrat? Und ich gehe davon aus, dass das sollte er erster Vorsitzender des Landesverbands werden, auch so sein wird. Er ist nicht jemand, der seine Privatmeinung großartig ausbreitet, sondern er konzentriert sich sehr auf thematische Arbeit und auf strukturelle Arbeit. Also ich äußere meine Meinung und Punkt und ein Amt, in das ich gewählt werde, das wird mich nicht daran hindern. Im Zweifel sage ich dazu, dass es meine Privatmeinung ist und gut. Wenn es jetzt um die Frage geht, dass ein Amt jetzt diese Meinung für andere Leute wichtig machen könnte, also dass Leute dann unterbewusst delegieren und sagen, ach ja, der Vorsitzende, der wird schon Recht haben, das ist ein Punkt, ich unterstelle jedem von euch genug Mündigkeit, das zu entscheiden, ganz wie ihr wollt. Gut, zum Abschluss vielleicht eine Frage, die da auch ganz gut hinpasst. Ich will die mal möglichst kurz stellen. Was habt ihr konkret vor, als erster Vorsitzender in eurer Amtszeit für die Außenwirkung der Piratenpartei hier in Niedersachsen zu tun? Und wie wollt ihr das umsetzen? Das geht bei mir ganz schnell. Ich habe heute Morgen zur Begrüßung vier Themen aufgestellt und das sind meine Schwerpunkte, die ich in diesem Jahr bearbeiten will. Ich will, dass wir wieder mutig werden. Ich will, dass wir Aktionen machen. Ich will, dass wir unsere Kernthemen spielen und dass wir wieder dahin kommen, dass wir die Themen besetzen und wir nicht den anderen Parteien hinterher hecheln, sondern wir die sind, die auf der Straße sind und die Parteien vor uns hertreiben. Das ist das, was ich vorhabe. Also Ottwin und ich haben heute Morgen darüber geredet, wie gesagt, was man machen könnte im Vorstand, um im Bundestagswahlkampf effektiver zu sein. Und ich verstehe deine Frage als so ein bisschen so eine versteckte Themenköpfe, Fangfrage, Dingens. Nein, nein, also nicht unbedingt. Sicherlich hängt es auch immer ein Stück weit am Kopf des ersten Vorsitzenden, ein Bild nach außen abzugeben, ob man das möchte oder nicht und deswegen diese Frage halt. Also ich denke, Ottwin selber würde keine Kernthemen vorgeben. Ich glaube, und so habe ich ihn heute Morgen auch gehört, er würde gerne eine Liquid Feedback-Umfrage starten, wo dann Kernthemen bei rauskommen, die die Basis entscheiden, was wir dann als Kernthemen im Wahlkampf benutzen sollten. Und daran würde sich dann auch Ottwin als Vorsitzender orientieren. Ja, gute Frage. Kernthemen und Transparenz und diese Dinge sind eins. Ich glaube, es gibt noch einen Punkt, der noch nicht genannt wurde, und zwar das, was hier teilweise als Zerstrittenheit rüberkommt. Das hat Ursachen in Unzufriedenheiten und Unzufriedenheiten kann man begegnen durch mehr Beteiligung, also durch Einbeziehung aller Mitglieder in Fragen, die wichtig sind für alle Mitglieder. Dadurch wird Zufriedenheit steigen, die Beteiligung wird mehr Spaß machen, dadurch wird es weniger Zerstrittenheit geben, dadurch wird die Außenwirkung schöner sein. Gut, dann übergebe ich jetzt an die Wahlleitung. Ja, hallo. Ich fühle mich gerade einsam. Ich fühle mich ganz einsam, ja. Da könnt ihr mir aber helfen, weil wir werden jetzt wählen gleich, und wenn wir wählen, brauchen wir auch nicht nur Leute, die wählen, sondern auch noch Leute, die das Gewählte auszählen. Dafür bräuchte ich Wahlhelfer. Und die Wahlhelfer möchten bitte sich, wo mögen sie sich melden? Sie mögen sich mal beim, Sie mögen sich bitte beim Versammlungsbüro melden und die Einzigen, die nicht dürfen, sind die, die jetzt für den Vorsitzenden kandidieren. Gut. 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 Gut, während die Registrierung der Wahlhelfer läuft, wollte ich noch was zum Wahlverfahren erklären und hole mir mal kurz eure Wahlordnung. Ich sage jetzt mal noch was zum Wahlverfahren. Ich würde gerne noch was zur Wahlordnung sagen, wenn alle ruhig sind. Auch Katar. Nein, Jan, du sollst nicht stören. Danke. Also, ahnt jeder, was für ein Wahlverfahren wir verwenden werden? Nein, wir werden nach Approval wählen. Juhu, endlich mal was Neues. Wir haben hier einen wunderbaren Wahlzettel, wo drei Namen draufstehen und drei Optionen. Das heißt also, ihr habt drei Stimmen, könnt bei jedem irgendwas ankreuzen und zwar Ja, Nein oder Enthaltung. Und wenn ich mir eure Wahlordnung richtig angeguckt habe, dann werden Personen mit absoluter Mehrheit gewählt. Das heißt also, derjenige, der gewählt wird, muss 50 Prozent Ja-Stimmen haben. Nein zählt als Nein und Enthaltung zählt auch als Nein. Und es ist derjenige gewählt, der am meisten Stimmen hat. Und zwar, der am meisten Stimmen hat und mehr als 50 Prozent hat. Ja, Stimmen. Ist irgendjemandem das System unklar? Entschuldigung, ich mische mich ja ungerne ein, indem ich meinen Privileg jederzeit sprechen zu dürfen nutze. Aber ich hätte gerne mal die Stimmkarten derjenigen gesehen, denen das Wahlverfahren unklar ist. Ich bin überrascht davon, dass jetzt, aha, einer, okay, das ist ehrlich, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass viel mehr Stimmkarten hochgehalten werden, weil eine ganze Menge von euch keine Sekunde lang gegenüber dem Wahlleiter aufmerksam waren. Und das ist angesichts der Tatsache, dass gerade der Landesvorsitzende gewählt werden soll und euch das Wahlverfahren erklärt wurde, meiner Meinung nach eine vergleichsweise schlechte Idee nicht aufzupassen, wenn das Wahlverfahren erklärt wird. Oder sehe ich das völlig falsch? Okay, dann, wenn ihr es schon kennt, ist alles gut. Danke, ich entschuldige mich für die Intervention und lasse den Wahlleiter weitermachen. Diejenigen, denen das unklar ist, haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen am Saalmikro. Da stehen schon zwei Personen und die mögen jetzt Fragen stellen. Du sagtest eben, eine Enthaltung gilt als Nein. Sie gilt nicht als Nein, sie hat aber dieselbe Wirkung wie ein Nein, weil du mehr als 50% Ja-Stimmen haben musst. Das heißt, es ist also völlig egal, ob du Ja, Nein oder Enthaltung ankreuzst, weil es Ergebnis ist, es ist keine Ja-Stimme. Okay. Wie viele Durchgänge gibt es? Ich meine, wenn keiner von Ihnen 50% oder eine Stimme kriegt? Es gibt so viele Durchgänge, bis irgendjemand mehr als 50% der Stimmen auf sich vereinigt hat. Also keine Möglichkeit, mit einem Pfarrer Mehrheit zu gewinnen, ja? Nein, da steht absolute Mehrheit. Wir müssten die Wahlordnung ändern dann. Aber ich traue euch zu, dass ihr es unter drei Kandidaten schafft, einen Kandidaten mit 50% zu wählen. Ich würde es für sinnvoll halten, wenn ihr so einen Wahlzettel mal auf irgendeinen Beamer bringt, damit die Leute sich das mal vorher angucken können. Ich glaube, diese Wahlzettel sind so übersichtlich, dass das nicht notwendig ist und sie sind auch selbsterklärend. Dürfen wir vor allen Dingen bei den Wahlen zum Beisitzer das Wahlverfahren noch, ja, die Regeln dermaßen ändern, dass wir sagen, nur mehr, ja, das geht? Das geht nicht nur? Muss ich dazu dann einen extra Antrag stellen, schriftlich? Oder reicht auch mündlich? Ja, du musst einen schriftlichen Antrag stellen dazu. Vielen Dank, Nutella Berliner. Gerne. Du hast eben gerade gesagt, dass Ja, Quatsch, Nein und Enthaltung die gleiche Wirkung hat. Ja. Dann hätte ich gerne den Unterschied zwischen Enthaltung und Nein erläutert. Den verstehe ich nämlich nicht. Vielen Dank.